Also wir untersuchten weiter dieses klinikartige Gebäude und kamen dann nach ein paar Kämpfen später in so einen Raum. Da war ein Kreis und neben diesem Kreis war ein karrenvoller Behälter mit einer goldenen Flüssigkeit und Gobinoe schüttete eine dieser Flüssigkeiten in diesen Kreis und dann offenbarte sich eine kaputte Seele. Und zwar war das wie so eine Art Teppich, der Flicken hatte, also so Löcher und die konnte man halt, also es war offensichtlich, dass das irgendwie zusammengewebt werden musste, damit diese Seele wieder heilen konnte. Dann bewegten wir uns weiter und kamen dann in einen Raum, wo eine Frau mit Hörnern war, das war die Matrone Uhl Trula und sie hatte ein Schneckenhaus auf dem Rücken und sie bot uns ihre Hilfe an. Und zwar hatte sie auch ein Problem mit Kim Nebi und sie gab uns dafür diese Seele, die wir gesucht haben, damit wir Kim Nebi töten, weil das war auch ihr Feind. Aber sie warnte uns, dass wir uns beeilen sollten, weil sonst der Richter kommt. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Wir gingen nochmal in den Raum zurück, wo Gobinoe nochmal vorgeführt hat, wie das mit der Seele funktioniert. Und dann sind wir rausgegangen und dann wurden wir auch schon vom Richter überrascht. Den konnten wir dann überwältigen. Und wir kamen aber nicht heil aus diesem Kampf raus. Wir waren alle ziemlich schwer verletzt. Und Ogu nutzte die Gunst der Stunde und tötete uns dann alle. In einem Sonnenfeuersturm sind wir dann alle verbrannt. Ja, das war es dann im Prinzip auch schon. So. Wieso steht da Wesley immer und Sonne? Hallo. 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 Da bist du ja schon. Gutes Timing. So kann man das nicht ändern. Capturing Chaos. Danke für den Vorlauf. So, genau. Das hat sich ereignet. Und danach haben wir ja entschieden, weil wir jetzt vor einem sehr komplizierten Event quasi stehen, haben wir entschieden, dass wir einfach zweimal würfeln. Nämlich jeweils einen D10 bei Ogun und bei Wes. Denn Wes ist hier ein Lich und wird innerhalb von einem bis zehn Tagen quasi in einem neuen Körper wieder auferstehen. Und Ogun muss ja auch Woody suchen, denn wie wir alle wissen, ist Woody manchmal sehr schwer aufzufinden. Also haben wir da auch einen D10 gewürfelt. Und eure Ergebnisse, die ihr bisher nicht wusstet, sind... Ogun hat eine Drei gewürfelt. Jawohl. Und Wes hat eine Zwei gewürfelt. Das heißt, ich habe schon die zwei Tage nach vorne gespult. Genau. Wir befinden uns jetzt am 12. Essa Reneth. Und Wes ist quasi gerade wieder auferstanden. Ihrem, seinem, SM9-Körper. Und Wes, was wirst du jetzt tun? Ja, nachdem ich meinen neuen Körper hergestellt habe, bin ich dann auf jeden Fall zu Geb gegangen. Oh, Moment mal, Junge, Mann. Jetzt musst du mal sagen, wie weit ist dein Phylakterum entfernt von Geb? Vielleicht ist es am Arsch der Welt und du brauchst eine Woche dorthin. Nein, es ist auf jeden Fall... Es ist im, am Klo von Geb. Es ist in Mekita. Auf dem Nachttisch. Es ist in Mekita, ganz unten in der Kanalisation. Also ganz alt zu finden. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Jetzt gehen sie da hin. Man kennt den Weg auch. Also du bittest quasi direkt um Audienz bei Geb? Sind in der Kanalisation keine Monster, die ihn töten könnten? Easy? Natürlich nicht. Er ist in Level 19, Lich. Genau. Also ich habe dort einen Monster hingebracht, den ich besitze. Er ist das Monster der Kanalisation. Okay, ja, natürlich. Geb erwartet ja sowieso Bericht von dir und deiner Gruppe. Denn er hat euch ja beauftragt, diese Seelenurne von Balji zu ihm zu bringen. Damit er herausfinden kann damit, wo sich Chemnibis Versteck befindet. Und dementsprechend wird es natürlich kein großes Problem sein, für dich eine Audienz zu kriegen. Dann spielen wir das auch gerne mal aus. Und du stehst jetzt vor den Toren, die du schon mal gesehen hast, vom Thronsaal von Geb. Du bist hineingebeten und bewegst dich langsam auf den Thron zu, auf dem er sitzt. O Herrscher Geb. Äh, ich muss Bericht erstatten. Und zwar wurden wir Opfer eines Angriffs auf unsere Mission, die Seele wieder zu beschaffen. Nun, mit Widerstand war zu rechnen. Doch, äh, wo sind die anderen? Nun, es war Widerstand aus unseren eigenen Reihen. Und zwar hat sich einer unserer Kameraden entschlossen, uns alle umzubringen, weil er einem anderen Meister dient als euch. Das ist alle, Mann. Das ist eine Lüge. Was soll das heißen, dass dass einer ein paar meiner besten Blutfürsten vernichtet hat? Einzelne? Nein, sie wurden wir haben vorher gegen den Richter gekämpft auf der Ebene von Parasma. Er ist uns begegnet. Wir konnten ihn zwar bezwingen, doch wir waren alle schwer verwundet und verletzt. Und dieser Verräter unter unseren Reihen hat diese Situation ausgenutzt und uns dann alle getötet. Lüge! Naja, das ist keine Lüge. Es war Ogu, der Lüge. Feuerbändiger oder wie man ihn nennt. Und ich konnte einen Teil seiner Magie in mich einsaugen, als ich mein Körper vernichtet wurde. Und deswegen brenne ich jetzt. Voller Hass auf ihn. Habt ihr dafür irgendwelche Beweise? Beweise nicht, aber ihr könnt ihn ja einvorladen und dann könnt ihr ihn ja fragen, welchem Meister er dient. Ich glaube nicht, dass er es bestreiten wird, dass er euch nicht folgt. Nun denn, wer ist dieser große Meister, der noch größer sein soll als ich? Sie nennen ihn Woody. Das ist erst mal ganz still. Woody, ein paar Sekunden lang. Geep, schau dich nur an. Versucht, sich irgendwie so zu erinnern und kriegst du mit... Er sieht so ein bisschen nachdenklich aus, so Woody. Den Namen hat er schon mal gehört irgendwo. Was war das nochmal? Plötzlich, plötzlich merkst du, es fällt ihm wieder ein, was oder wer Woody war. Ihr beliebt doch hoffentlich nicht zu scherzen, Wes. Ich bin nicht zu späßen aufgelegt. Nein, also ich scherze nicht. Das ist mein voller Ernst. Nun denn, wir hatten einen Verräter in unseren Reihen und er hat uns alle verrichtet. Du siehst, wie er aufsteht aus seinem Thron. Er hebt sich über dich. Da ist fast das Gefühl, dass er irgendwie fünf Meter plötzlich groß ist oder so von seiner Aura her. Natürlich ist er das nicht, aber er wirkt einfach so krass mächtig vor dir, dass du direkt schon so einen riesigen Respekt vor ihm hast, natürlich. Nun, wenn ihr wirklich die Wahrheit sagt, dann lasst mich doch bitte ein kleines Experiment mit euch durchführen. Natürlich. Hi, Frustermann. Hallo da. Er kommt so langsam auf dich zugelaufen von seinem Thron, geht so ein paar Treppen nach unten. Ich nehme an, du kniest vor ihm, oder? Ja. Ich nehme mich hin. Er nähert sich immer weiter zu dir, streckt seine Hand nach dir aus. Und er castet ein Spell. Lässt du es zu? Ja. Er castet Mindprobe auf dich. Wenn du es zulässt, dann würde ich jetzt mal sagen, hat er automatisch einen Erfolg. Ich habe die Vermutung, selbst wenn du es nicht zulassen wollen würdest, würde es trotzdem funktionieren. Ja. Aber du lässt es zu. Okay. Hallo? Hat du mich? Ja. Nun denn, nur noch einmal zur Sicherheit. Eure Gruppe wurde von eurem Feuer Elementar Ifrit ausgelöscht, als ihr geschwächt wurdet. und ihr habt außerdem die Seelenurne nicht zu mir zurückgebracht. Ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Und der Meister dieses Ifrit der sich dazu entschieden hat, mich und meine Blutfürsten zu verraten, ist dieser Woody wie? Der Inners hat gerade Connectivity Probleme, er hat nichts gehört. Ich wollte nur erwähnen, dass Woody auch ein Blutfest ist. Das ist, weil Gib so mächtig ist. Ist er das wirklich? War er dabei? Ja. Ja. Ja, das heißt Puppermann. Gib, Gib, weiß das. Gib, weiß das. Aber diese Parade hat er ja mitgemacht. Das ist ja mal eine Dekoration, Junge. Gib ist so mächtig, dass, guck mal, er ist aus dem Discord geflogen. Holy Alter. So, hallo, sorry, ich bin jetzt bei Leni kurz mit drin. Okay. Dann nochmal. Wie viel hast du mitbekommen? Dass du ein Speil auf mich gecastet hast und mich lass es tun. Okay. Nun denn was? Um es nochmal zusammenzufassen. Dieser Meister des Ifrids, Ogun, der sich dazu entschieden hat, euch und dadurch auch mich und meine Vorhaben zu verraten, ist dieser Woody? Ja. und die Seelenurne bald befindet sich in wessen Obhut? In Oguns Obhut. Woher weiß er das, wenn er gestorben ist? Ich denke mal, er hat sie mitgenommen. So genau weiß ich das nicht. Und du siehst, wie er so langsam seine Hand wieder von dir wegnimmt, dreht sich um, läuft wieder auf seinen Thron zu, rockt sich hin. Wes, erhebt euch. Ja, ich erhebe mich und stehe vor ihm. Nun, normalerweise, ihr wisst vielleicht, dass es in unserem Land öfter etwas chaotischer zugeht, gerade wenn es darum geht, nun ja, Streitereien untereinander auszutragen. Deswegen wäre ich normalerweise einfach nur enttäuscht und nun ja, würde mich eventuell oder würde mich darum kümmern, dass diesem Ogun etwas nun ja, zustößt. Jedoch habt ihr mir erzählt, dass der, der hinter diesem Ganzen steckt, ein Blutfürst ist. Und wie ihr sicherlich auch wisst, ist eines unserer Gesetze, dass der Zwist unter Blutfürsten strengstens verboten ist. Mit anderen Worten, dieser Wuri ist des Verrats schuldig. Habt ihr irgendeine Idee, wo sich dieser ehemalige Blutfürst aufhält? Das kann ich leider nicht sagen. Meine letzte Information war, dass er mit Ogun mitreist. Er hat ihn irgendwie immer bei sich. Ich verstehe. Nun, ich schätze, ich muss mich mit meinen Sehern beraten. Wes, es ist gut, dass ihr zu mir gekommen seid und mir Bericht erstattet habt. Allerdings bin ich natürlich auch enttäuscht. Ich hielt mehr von euch und euren Fähigkeiten, um ehrlich zu sein. Ich denke, es wird Zeit, dass ihr mir erneut nochmal eure Fähigkeiten und eure Treue beweist. Seid ihr dazu bereit? Natürlich, bitte gebt mir noch eine Chance, mich zu beweisen. Nun gut, dann lasst mich erst mal alleine. Ich werde nach euch senden, sobald ich euch brauche. Alles knall. Ich mache einen Knicks und dann gehe ich. Alles klar. Damit vergeht dieser Tag. Du gewöhst dich wahrscheinlich noch so ein bisschen an deinen neuen Körper und so weiter. Keine Ahnung, was du machst. Gehst vielleicht shoppen, who cares. aber am nächsten Tag so Ogun und Woody. Was macht ihr jetzt? Nach drei Tagen habe ich Woody gefunden. Natürlich knie ich mich nieder für meinen Meister. Sage ihm, dass ich die Aufgabe erfüllt hat, alle die Woody, wie hat er es ausgedrückt, hat er sogar verraten gesagt, ich weiß nicht, alle die ihm hintergangen haben oder was auch immer habe ich vernichtet. Dann gebe ich ihm einen nimmervollen Beutel, in dem alle Gegenstände auch die Urne von Balji drin sind. Okay. Und Woody nimmt den Beutel dankbar entgegen. Und direkt läuft er damit auch zu Gebt. Ich kann es kaum erwarten. Ja, natürlich. Ich meine, Woody, ein Blutfürst, wie er im Buche steht, hat natürlich auch überhaupt kein Problem, direkt zu Gebt zu kommen für eine Audienz. Vor allem ja, ist komisch, man denkt fast, er wurde schon erwartet. Und ja, ich nehme an, er geht zusammen da rein, oder? Ja, Weißt du wahrscheinlich nicht von seiner Seite? Natürlich. Woody, ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört. Wie ist es dir ergangen? Weil er versucht direkt auf die Knie zu fallen, aber weil er keine Beine mehr hat, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Er neigt sich vor Gebt. Oh, großer Gebt. Ich bin es, euer treuester Blutfürst Woody. Und ich komme mit einer schrecklichen Nachricht zu euch. Und die wäre? Oh, großer Gebt. Achso, was ich noch erwähnt habe, dass ich mit, also Woody hat mir vorher gesagt, also Ogun gesagt, dass ich ihn vorher mit Blitzen sein Gesicht entstellen soll, sodass es so aussieht, als wäre irgendwie von einem Chain Lightning oder ähnliches getroffen worden. Oh mein Gott, okay. Das heißt, Woody jetzt das Porzellan schon total geschmolzen im Gesicht, die Haare fast schon abgefackelt kommt da in den Raum. Oh, großer Gebt. Das ist schrecklich. Wir wurden in, ich, euer treuester Diener Woody und die Gruppe, mit der ich unterwegs war, wir wurden in einen Hinterhalt gelockt von, von einem Licht namens Wes. Aber, zusammen mit der Hilfe meines Dieners Ogun, es ist dieser Feuertyp hier, konnte ich diesen, diesen bösen Licht besiegen und ich konnte die Urne mit Balchis Seele an mich reißen und ich bin sofort zu euch geeilt. Interessant. Erzählt mir von diesem Hinterhalt. Wie genau hat er es geschafft, euch zu hintergehen? Zuerst einmal muss ich sagen, dass er schon lange vorher ein böser Licht war oder sie oder es. Er hat schon immer versucht, mich und meine Freunde zu töten. Seht nur, was er mit meinen Beinen getan hat. Und er zeigt auf diesen Geisterzipfel, der da unten hängt. Er war es, der mir die Beine genommen hat. Ja, ähm, fürchterlich. Erzählt weiter. Wir waren natürlich unterwegs auf Mission und ich versteckt im Schutze des Erdpanzers, der Erdrüstung von Ugun. Und als wir plötzlich die Urne in die Finger bekamen, hat er seine Blitzfähigkeiten eingesetzt, um die ganze Gruppe zu vernichten. Ich konnte nur ganz knapp entkommen, wie ihr seht. Seht doch nur, was für Namen ich davon getragen habe, wie entstellt ich bin, o großer Geb. Und kurz bevor ich vernichtet wurde, allerdings, hat Ugun West niedergerungen mit seinen Feuerkräften. Leider ist die ganze Gruppe dabei gestorben, außer wir beide. Ich verstehe. Nun, in dem Falle habt ihr doch sicher nichts dagegen, wenn ich etwas teilhaben kann an dieser prachtvollen Schlacht, oder? Ja, aber lasst mich erst etwas zitieren, was mir aufgeschrieben wurde. Denn wer nur über Gedanken spricht, kann schwer gelesen werden. So konnte West schon von Anfang an seinen Plan planen. Und als Beweis, dass dies passiert ist, haben wir sicherheitsalber die ganzen Güter unserer verstorbenen Mitstreiter eingepackt, um sie natürlich der Schatz und Waffenkammer von Geb zu übergeben, o großer Herrscher. Und er packt den Beutel aus und lässt alles herunterfallen. Nun, ein paar brauchbare Dinge sind auf jeden Fall dabei. Habt Dank, Woody. Ihr sollt definitiv für eure Güte belohnt werden. Danke, großer Geb. Vergess nicht, dass ich der treueste aller Blutwürsten war und bin. Natürlich, Woody. Kommt, tretet vor mich. Langsam fliegt er auf Geb zu. Geb erhebt sich langsam aus seinem Thron, stolziert langsam die paar Stufen seiner Treppe hinunter zu Woody. Es wirkt schon fast, als würde er gar nicht gehen, sondern eher schweben. Wow. Und dann Woody ohne seine Beine liegt er quasi so vor Geb im Dreck und dann hebt er seine Hand und legt sie auf Woody. Und er castet wieder mein Probe. Lester Woody ist zu. Oh oh. Da Woody offensichtlich gelogen hat. Pustet also da um. Lester ist nicht zu. Oh großer Gebt was tut ihr dort. Nichts Woody. Nun erzählt mir doch noch einmal genau was sich ereignet hat. Ihr wart also mit der anderen Gruppe unterwegs und diese Wes hat euch aufgelauert und versucht euch zu töten ja Nein großer Gabe wir hatten oder mein Freund hier Ugo hat die Seele Balchis in seinen Händen wir haben die Seele gefunden wie ihr es verlangt habt aber Wes wollte den ganzen rum für sich und dann hat er uns angegriffen ja seht doch nur mein Gesicht seht ihr nicht die Narben die ich davon getragen habe ok dann mach mal einen Deception check so wo die change wo die level 12 oder so tatsächlich level 19 ne ich hab ihn auf level 19 gesetzt so wo hab ich denn hier ich danke dir wo die das war sehr aufschlussreich nun denn ich habe genug gehört zu eurer belohnung ja großer geb und dann läuft er wieder ganz langsam nach oben sitzt sich auf seinen thron wisst ihr ich habe lange über meine belohnung nachgedacht wie wäre es denn wenn ich vielleicht ganz oben im zigorat leben könnte und dann lade ich mal die battle map die ich extra für diese situation euch gebastelt habe nun denn Wes es ist an der Zeit beweist euch und dann geht ein kampf los wer ist wollen tun man ich nicht jung was ist schwer jeder kriegt jetzt ein entrance man zieh mich raus hier hallo Drake ja foundry meine entrance kommt zu spät junge scheiße natürlich was hat es damit auf sich gäb der verräter ist unter euch verräter ist nicht schweig wurm und wo die geht in seine komische monastery archer stance und macht einen flurry of blows auf wieso hat er seinen bogen nicht gequickt wo die heult und macht dann einen flurry of blows und spielt jetzt drei charakter dann im kampf so warum hat wo die keine feine das ist halt wo die noch ist perfekt sounds like wo die er hebt sie halt nie auf und kauft sie das passt schon ah doch er hat er hat irgendwelche feile scheiße dann schießt er zwei feile auf dings auf west du spielst ihn perfekt als wäre er nie weg gewesen nein man das war das war das flurry flurry wo hat er das denn ich dachte der hat das ich muss auch näher hin egal ich muss näher hin glaube ich und dann schieße ich natürlich noch ein drittes mal und habe keine mehr wieder ich sehe jetzt Bowles einfach warum man Bowles hat Sack Perfekte Budi Runde er wäre stolz auf dich also ich glaube ich attackiere mal nicht Budi weil der kann irgendwie eh nichts wenn du möchtest weil der Kampf ja auch quasi introduction für eure ganzen neuen Charaktere ist kannst du dich kurz beschreiben wie du aussiehst die entrance man die tür geht auf man hässlicher engel kommt rein nein ich bin ein sylph hässlicher engel kommt rein ich bin auch ich bin ein geister sylph also und ich bin eher auch so ähnlich wie was dass ich nicht so viel rede aber ich schaue einfach schön aus wenn ich mich bewege und ich schaue mir alles ganz genau an und da ich gesehen habe wie unfähig wo die mich mal auf den brennenden typ da weil wir haben natürlich schon gehört wer unsere gegner sein könnten und ja das ist halt erstmal mein ziel okay voll peinlich wo die 2.0 wie viele bodys wollt ihr in der kuppe ja was soll ich sagen ich glaube ich sag gar nichts also habt ihr auch noch ein paar charaktere vorbereitet ja junge ich bin noch gar nicht da hab ich gesagt ich bin eigentlich auch noch nicht da ja erst mal die nächste die nächsten party wipe jo ich hob und er schafft natürlich eine sonne damit hätte ich jetzt gar nicht genau auf wes mach mal ein reflex save bekommst du die hälfte dieses schadens eine action habe ich noch mit dieser action aktiviere ich meine nimbus mal und dann bin ich fertig bruder knochen ruhe wie siehst du aus siehst hinter dieser statue vortreten ein skelett mit einer robe an weißen handschuhen großen stiefeln sonst seht ihr keine rüstung siehst mit ketten an denen sachen hängen haare kleine trinkets und knochen schädel von verschiedensten viechern alles mögliche mit der linken hand hat eine große übergroße spritze mit einer kette mit ihm verbunden ist und ein schwert hat er auch tritt so hier vor zieht wo die und schreit für den blut fürsten gäbe dahinter hin gib bitte überleidigung für gäbe ja wirklich über die uhr gepackt gäbe hebt seine hand du wirst komplett vernichtet gleich einen neuen charmer bester knochen renn hier mal hin und wie ich sehe wie sofort die schwäche von von woody erkennen ok mache dafür einen esoteric check wenn ich das richtig verstanden habe und ja ok woody ist alter gott die beste introduction ever also das macht ihr schon super ja du probierst zu erkennen was seine schwäche ist und du musst einfach nur lachen weil es so erbärmlich aussieht wie er da auf dem boden liegt ohne beine und einfach nur eine holzbucke ist ich kann mich erinnern wie man geister besiegt so den geister habe noch nie gesehen ich weiß nicht ob es eine schnecke ist oder irgendwas anderes ist ja dann ein Zug das mach mal nix eigentlich da stelle mich noch jetzt wut hin Sarah und ihr seht eine schlangenartige humanoide gestalt mit dunklen schuppen metallischen schuppen metallisch glitzernd im kleinen geringen licht das man hier so sieht in der rechten hand ein schlankes schwert mit zwei ausgestanzten alpenmonden an der oberen nicht spitzen nicht scharfen kante in der linken hand ein riesiges schild muskulös bepackt mit hellen türkis farbenen Augen und er flängert sich super schnell an sein ziel heran mit gehobenem schild als exploration activity und zwar mit winding flow einmal pro runde kann ich zwei actions machen stand step und stride nicht dieselbe actions hintereinander aber ich stride ruhig schnell voran und steppe dann noch wett vorwärts zu Ogu ja kommst aber in meine Aura ja nein du musst den ich nehme weg meinen buff take den damage bin leicht verletzt und natürlich super wütend laufe also ran und plötzlich zaubere ich etwas und eine goldene Aura um mich rum lässt mich noch stärker erscheinen als ich vorher war ziemlich Super Saijin mäßig alter die muskeln werden noch praller die augen gold fokussiert auf dich mit einem noch stärkeren key strike beziehungsweise ich darf auch einen flurry of blows machen und das habe ich auch vor mach ich jetzt meinen flurry of blows ich kennt das eh zwei actions und durch meine monastic weaponry feed ich erkläre es nur einmal damit man verstanden wird dass ich das machen darf als monk darf ich alles was normalerweise anarmt benötigt mit waffen machen und greife also mit meinem schwert zweimal hintereinander an first attack ist ja wie bei wuschig auch mit dem bogen genau und der zweite attack mit map trifft auch alter und das war's jetzt bin ich gespannt vom westen man tür vom korridor geht auf aber bevor die tüür sogar aufgeht bebt die erde man sie bebt weil der ist so schwer man 210 kilo aber nicht so bum bum ganz langsam nein sondern richtig schnell bum 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 sein speed ist unglaublich und er kommt raus man ihr seht ihn man und jeder kennt ihn es ist pipipupu die legende der mächtigste gladiater den es je gab über 5000 jahre alt man geht selber wir kennen ihn persönlich schon unbesiegt in der arena ein ghoul vor 1000 jahren aber in ruhe stand gegangen weil er einfach zu mächtig war man es war einfach zu langweilig jeder hat alles gewonnen man in den letzten jahren hat er gefrönt man sich nur zugestopft man weil er halt ein ghoul ist man und deswegen ist er so fett man er ist richtig fett man ihr seht es hinter seiner haut krabbeln so richtig maden man die kommen manchmal so raus aus dem mund und aus den augen man und die maden haben sogar beim bauch so ein bisschen einen kopf gebildet wo sie auch fressen man sie fressen zusammen man ist eine richtige symbiose gleichzeitig hat er ein stirnband auf wo steht ein hart krabbeln und gleichzeitig hinten im schwanz ist in der linken hand leuchtstäbchen und in der rechten ein rapier mächtiger pipipupu es tut mir leid euch aus dem ruhestand zu holen doch wisstet ich tue dies nur weil es wirklich sein muss gegenwurde pipipupu man ganz gelangweilt man versteht die welt was soll ich hier wo mächtiger geb ich muss den nächsten auftritt vorbereiten offizieller gobi noe fanclub neuer dance vernichtet diese verräter und dann pipipupu werdet ihr den auftrag gobi noes selbst weiter ausführen schatz nach vorne natürlich man blitz schnell waren die erde bebt man pum 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 55 fuß spielt man so schnell kann oben gar nicht reagieren man und mein fell und meine maden brennen takes no damage moment ist ja was jawohl und da stehe ich man und er hat linken leuchtstaben anfallen gelassen aber der auf seinem schwanz ist noch ein leuchtstäbchen angetackert man kann nämlich in seinem schwanz nichts halten man aber nur integriert und ich stehe vor der mann und man weiß genau was jetzt passiert oder wie wo ist der scheiß bledding dance genau ich stehe vor der mann und ich zeig dir meinen mächtigen fankel gobi noe dance mann linkes rechts rauf runter mein fett wackelt mann aber richtig rückwisch so rhythmisch mann dass du richtig fasziniert bist höchstwahrscheinlich mann also ich mach eine performance das muss ich dich auch anklicken was ist denn wenn sie sie das heißt das heißt nur 5 fuß also ich krieg einmal panache so du bist so krass fasziniert mann wir tanzen mann und wir können beide 5 fuß mhm was ich nicht ganz verstehe eigentlich wieso kannst du auch kann ich sagen wenn du movst oder was ne schätze ich ja aber in dieselbe richtung das heißt du bist erst nicht mehr flanked für dich das ist nämlich dumm ich weiß aber ich muss es ja nicht machen schätze ich mhm also was abtuben ja kannst du auch null feed ok ich kann es mir aber ich kann es mir aber an der stelle du bist einfach richtig faszinierend ich hätte ein background dancer werden sollen von fucking gobi noe ist einfach so jetzt stehe ich neben dir so eine action so eine zweite action jetzt was kann ich jetzt machen jetzt kann ich dich ficken mein lethal ist nicht sogar ein target hier mhm was bist du eigentlich brauchst du krass das ist ja auch nix das sind keine spells die du machst ne das weißt du ja nicht alles nur feeds du das heißt superfights bringt nix ein feeble bringt auch nix du greifst gern einfach drauf mal ne jungen mann ich will ihn vernichten ok ich vernichte ihn so in dem ich bringe ihn zum bluten einfach mann ich will mach gleich mal einen finisher junge wo ist es bleeding finisher hier bleeding finisher ja hier drücke ich rauf ich markiere dich ist richtig kompliziert ich drücke da rauf was ist das slashing das erste teil ich slashe dich einmal es kommt nix ok hallo hallo hat er ausgewählt ja es scheint auch anders also da unten plus 8 das kann nicht schnell nicht mehr pi pi pu 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 man er ist ja mit einer 18 kann nicht critical fail dann läuft der und und er hat trackers die falsche waffe mit er war zu lange im ruhestand ja waffe falsch oder was du hast gesagt der links jungen das ist mich verarscht ja ich wollte euch nochmal erzählen deswegen habe ich dir die falsche waffe gegeben dann mach einfach weiter und ich ändere meine waffe ich glaube du brauchst halt dann irgendwie advanced weaponry noch als feat weil das ist ein advanced ja es ist nämlich angelogen man ändere ich einfach mal in eine waffe für 4 rapier whatever so was kommt da aus dem schatten plötzlich angehört direkt warte mal direkt hinter gebs thron seht ihr plötzlich wie ein corgi ein gepanzerter corgi ich hatte mal aufgarten ein gepanzerter corgi äh hinter dem thron hervorkommt ne und auf diesem corgi bemerkt ihr aber etwas sitzt eine kleine ratte mit gelettartigen flügeln und die ratte ist fast genauso fett habt ihr das gefühl wie pipipupu und die liegt so ganz gechillt auf dem äh auf dem sattel des corgis und vorher ja irgendwelche pasteten aus fleisch und irgendwelche fleischgerichte die die ganze zeit einfach nur in sich rein stopft während sie das beobachtet und plötzlich fliegt sie aber fliegt sie nach oben und ihr seht so dass äh der corgi sieht zwar relativ adamant aus und ziemlich gefestigt auch ist relativ glücklich aber mach alle mal einen perception check wie pipipupu ja aber bruder knochenruder du bemerkst dass es diesem unnatürlich gäb selbst du merkst aber dass es diesem corgi überhaupt nicht gut ist also er zeigt es zwar nicht aber ihm ist anscheinend richtig schlecht dem geht es überhaupt nicht gut und erst als die ratte den rücken des corgis verlässt scheint er sich wieder etwas zu entspannen und die ratte fliegt so neben gebt direkt in sein ohr ich habe euch immer gewarnt vor kem nebi und vor den ganzen verrätern ich habe euch immer gesagt dass ich ein viel fähiger kanzler gewesen wäre als kem nebi da habt ihr wohl recht baron okos ergeben nehmt mir eine aufgabe egal welche und wie schwer sie erscheint ich werde sie für euch erfüllen nun dann schafft mir diese zwei verräter erstmal aus den augen und dann sehen wir weiter aber ich fliege ja genau neben geb und plötzlich riecht es geb auch die ratte stinkt einfach unglaublich und geb muss leider in fortitude save man eine reaction vernichte einen untertan aber er geht mir selbst um gewohnt zu aber er geht mir selbst um gewohnt zu los geht schon ja wohl geben und ich setze mich natürlich wieder hier drauf verräter vernichten und dann tue ich das meine ganzen tiere sind nicht da aber das ist egal kann ich zauber einen kannst du dir gerne soll ich sie rein ziehen oder ne passt schon brauchen wir dafür nicht ich wusste nicht ob du die brauchst wirklich oder ne ne passt schon für den kampf brauchen wir es nicht und plötzlich uuh das klingt schön aber da stehen halt alle ich fliege einfach ein bisschen näher und schieße dann auf wudi wir brauchen ja eh nicht viel ich schieße auf wudi einen kältekegel das kann ich selbst wirfen aus zack zack fail das heißt wudi bekommt 29 goal damage leider bin ogul und wudi jetzt gewinnen werden wir nicht auf zu spielen los wes deine rache ist nah also ich schaue wudi an und sehe dass er versucht hat sein gesicht zu entstellen mit einem blitz und dann zeige ich ihm wie das wirklich aussieht wenn es passiert und auf ihn schießt ja auf wudi wudi ist ein zu krasser reflexer unterdrückt nein so krasser reflexer der holy okay das ah level 9 ja okay bin sehr wütend und dann shield ich mich noch bleibst nicht aus der sonne rum ne ne die mitte ich eh nie okay auf groß ergeb warum tut ihr dies ich bin euer treuester blutfürst ich habe euch immer gedingt schaut doch die gegenstände die ich euch gebracht habe und wir wissen natürlich alle was wudi macht oder was der erste pfeil fliegt auf dich trifft dich an der zweite pfeil von flurry of flows trifft dich nicht durch ne 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 jetzt wo wo die endlich sein wahres gesicht zeigt ihr seht plötzlich wie er sich verändert der target must succeed also reflex save noch ein reflex kannst du es posten oder einfach so machen aber er hat ja noch was wo sind das alles was er hat stunning ist two strikes flurry of blows you can stun mach mal ein vordichtiges save das hat jetzt auch eine animation oh ok 40 ist der DC anscheinend das heißt du hast ein fail stand 1 jawohl was ist wo dies was ist ein bild das ist sein wahres gesicht ja und wir kennen wo die oder wir wissen was er macht auch wenn es irgendwie ist die urlaub na komm das ist wo die es ist wo die hat bruder knochenruhe attack of opportunity oder so über range detects gehts ja das ist ja warte kurz ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube der hat auch 35 boost dann rennt er zu wo die Hat er eigentlich so eine eigenen Actions? Es tut mir leid, ich kenne mich nicht so aus bei dem. Was hast du denn? Nee, du opferst eine deiner Actions, dass er zwei hat. Ah, okay, passt. Also er bekommt auch eine in der Runde, in der er striken oder striden kann. Und dann kannst du noch eine Action ausgeben, um noch mal eine zu geben. Wenn er erwachsen ist. Also er hat, er ist mature, also er ist schon erwachsen. Das heißt, er kann von... Sag du? Ja, dann hat er eine für sich und dann kannst du noch mal eine Action ausgeben, um noch mal eine zu geben. Versteht's? Also Command and Animal Action ist das, was er meint mit du opferst eine. Eine hat er von sich aus immer. Ich zieh dir mal die Action rein. Aber die, die er selbst hat, die macht er, glaube ich... Also du musst dann quasi auf dein Hand-Target draufgehen, wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Kann ich nicht, äh, auf den anderen gehen? Achso, ja. Dann bleibt er halt einfach mal da stehen. Und es sieht cool aus. Und ich schieße... Oder ich versuche es immer, das nochmal auf Ogun zu schießen. Warte mal, du hast jetzt alles ausgewählt, was man auswählen kann. Triple Shot, Double Shot, Hunters Aim, bla bla bla. Ich glaube, das ist alles nicht richtig. Na hä, Triple Shot habe ich, glaube ich, ausgemacht. Das ist aus... Aber es kann nicht First Target, Second Attack und Third Attack und Hunted Prey des Rounds sein. Es gibt nicht alles gleichzeitlich. Der Bär. Äh, okay, dann mach ich's halt nochmal. Plus 3, plus 2 und plus 1 D8, okay. Ja, und Hunted Prey hast du auch nicht gewusst, oder? Ja. Das ist erstes Target, deswegen kommt, äh, First Target musst du anmachen, dann ist es 3 D8. Und beim zweiten ist es dann 2 D8. Und so weiter. Hm. Musst du halt immer umstellen, wenn du nicht. Achso, jedes Mal. Okay, warte, dann mach ich's nochmal. Okay. Wenn das okay ist. Also nur... Okay. Ne Double Shot machst du, oder? Ja. Aber ich darf zweimal ohne Map. Okay. Tja. Dann... Dann war's das. Immer einen neuen Vodi in der Gruppe. Immer diese Range, Leute. Dann sag ich, sie hat nur noch 8 Arrows. Nein, ich hab genug. Dann geb ich eine Action für mein Bär, dass er zu oben rennt. Moment, wenn du ihm eine... Also wenn du eine Action opferst für den Bären, hat er zwei. Also dann kannst du mit dem Bären dich bewegen und angreifen. Ja, dann greift der Bär einmal an. Aber ist das auch später so, wenn das Tier wachsen ist? Weil ich glaub, das kann nur zwei Actions pro Mono kommen. Na ja, er ist einmal gegangen und dann ist er nochmal gegangen und hat einmal zugeschlagen. Er kann eine Action verwenden zum Stride. Der letzte Satz. Nur eine Action kriegt er von Majore und halt zwei von der Action, die es hier hergibt, oder? Wenn er die Action von Majore nimmt, dann kann er keine extra Actions durch Command later bekommen. Das ist der letzte Satz. Ah, okay. Also entweder komplett alleine, einmal irgendwas machen und du machst deine drei Actions für dich oder du verwendest eine Action für ihn und kriegst er zwei und dafür hat er diese eine Standard-Action von Majore einmal nicht. Ja, das ist Remaster. Sorry, ich glaube. Ich glaub, das war früher anders, als ich mal ihn gespielt hab. Kann sein, aber der Bär kriegt auf jeden Fall trotzdem. Alles klar, bis dennne. Danke, dass du hier warst. Wenn es der Bär ist, den irgendwann mitnimmt. Und dann bewegt sich die Sonne. Wenn er fährt am meisten. Pipibupu. Es ist mittlerweile eins mit dem Feuer. Das ist scheiße. So. Also, Pipibupu. Pipibupu. Und der Bär. Ich poste euch. Ignite the Son. Pipibupu. 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 42 plus 9 Bonus Damage noch, die ich leider manuell machen muss, weil ihr meine Allies seid. Ist halt nicht dem System vorgesehen, dass man klicken kann. Ja, leider nicht. Leider nicht, ne? Joa, dann... Was kostet das für Actions? Zwei, okay... Kann ich noch jemanden töten? Wir probieren mal. Also ich aktiviere die Furnace-Form. Und dann fliege ich in die Luft. Ist eure Chance. Okay, mal gucken, Junge. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Dann mach ich mal den Anfang. Ich habe eine verkrüppelte Attack of Opportunity. Du movst aus dem Square oder ist das... Move-Action ist ja auch nach oben, ja, okay. Darf ich dich normal attacken und ich strike dich. Und Mission 1! Was soll das tun? Das sind das für Rollies. Ich... Ja, es ist soweit. Und das war leider schon meine Runde, aber dafür bin ich jetzt in Luft. 5000 Jahre, der unbesiegte Champion, der trifft diesen Ifra. Kann ich meinen Bären auch einmal angreifen lassen? Geht das in der Situation? Der hat keine Attack of Opportunity, glaube ich. Ich glaube nicht. Okay. Versuche wieder die Schwäche von Woody herauszufinden. Mache diesen hier. Du findest sofort raus, dass du Feuer hast. Ist das so? Perfektes Urgun, man passt ja. Ja. Ähm, da-da-da-da-da. So, was da? Ne, was war das Esoterik-Ding? Das war doch noch mehr, oder? Du kriegst noch mehr Infos oder so. Ähm, ja auch. Wenn ich einen Success hab. Highest Weakness. Highest Weakness. Ja, das Feuer. Sex. Aber du kannst auch eine eigene Weakness erfinden. Und die Weakness ist ja dein halbes Level, glaube ich. So, und der DC ist 39. Das heißt, das ist ein Success normaler. Ganz knapp. Ach so. Okay. You recall an important fact about the creatures. Highest Weakness. Okay. Ja, in der Tat. Äh, Feuer. Ähm. So, denn ich habe jetzt zum Beispiel noch das. Heißt das jetzt, dass ich, ähm, mit dem Trinket, was ich jetzt weiß, dass es seine Schwäche ist, damit meinen Angriff verstärken kann? Das ist eher dann, äh. Das heißt, zwei plus halbes Level sind elf. Das heißt, elf Weakness kann es ihm praktisch geben. Auf Feuer jetzt, weil wir das rausgefunden haben. Ja. Kommen die elf dann noch auf die normale Weakness drauf oder ist die neue Weakness dann hin? Nee, das höchste wird dringend. Ja. Ähm. Ja, was dann auch noch passiert ist dann zum Beispiel, dass ich plus eins auf AC bekomme. Und weil ich so arg bin, wird das geshared auf alle anderen, die dann auch um, die nach oben sind. Oh, cool. Richard kriegst du da, ne? Ja, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das dann alles machen, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Aber nur gegen ihn? Ja. Ja, genau, nur gegen ihn. Ähm. So, das heißt, ich habe jetzt auch Implement Power. Und versuche ihn mal zu schlagen. Krank. Der Untergang der nächsten Gruppe steht schon. Okay, warte, warte, warte. Ähm. Wo ist das jetzt? Da fehlt einfach der Song von Gubi Noe, man. Damit hätte er getroffen. Weil ich mir meine Waffe angegriffen habe. Auch wenn ich jetzt nicht getroffen habe, wird die Waffe magisch zu ihm hingezogen. Dass er immer noch einen Damage bekommt. Okay. Aber er wird plus Bonus Damage durch die Weakness, oder? Das heißt, eins plus elf? Flying any Bonus Damage durch die Target's Weakness. Ja, also zwölf machst du auch, wenn du misst. Das ist eigentlich nice. Gut. Zwei Male, Alter. Schon mehr. Hat nicht gesehen, dass die Schlange auch in ihrer goldenen Form fliegen kann. Und deswegen fliege ich einfach hoch. Aber. Ja. Jetzt natürlich erstmal Feuer Damage. Den nehme ich natürlich. Dann fliege ich hoch und mit der alten Rivalität der Garudas, meiner Schlangenleute, habe ich gelernt mit meinem Schwanz zuzuschlagen und fliegende Kreaturen bis zu einerseits Lager zu Boden zu werfen. Und ich versuche dich deshalb zu treffen. Ja, Mann. Ja, Mann. Das gefällt mir gar nicht. Hier, Robert. Wir machen jetzt alle Hero Point. Wir machen jetzt alle Hero Point, Leute. Wir machen jetzt alle Hero Point, Leute. Und ob je, ob je muss ich performen. Das ist ein normaler Success. Dieser Hass war diese Rache. Du fliegst zu Boden, kannst eine Runde nicht vom Boden abheben. Und mit meiner letzten Action fliege ich auf. Peinlich. Das muss sein. Wie geht die Sonne auch unter die Erde? Nein. Was ist, wenn ich mich jetzt rund habe, Wurdlemann? Und die von unten absteche? Nichts haben wir unten angreifen. Hä? Kannst du doch Erde angreifen? Ich will doch scheiße. Ich kann ja auch Tunnels hinterlassen, Mann. Du kannst ihn ja angreifen und dann dich einbuddeln. Zuerst betanze ich ihn. Gubi Noe, wir lieben dich. Wir werden dich nie vergessen, Gubi Noe. Weiß ich eigentlich schon, dass sie tot ist, Mann. Du hast nichts gesagt. Dumm. Fünf Fuß, zwei Stamm. Natürlich. Bringt mir das nix. Ihr habt alle eine Introduction bekommen, was hier abgeht. Und... Dass Wes quasi die letzte Person ist, die Gubi Noe gesehen hat. Was? Aber weil sie auch, dass Wes Gubi Noes Tod nicht verhindern konnte. Durch seine Unfähigkeit. Kriege ich 19 Staten jetzt eigentlich? Aber er kann jetzt seinen Ehrenmörder halten. Sorry. Ja, aber... Am Anfang der Runde, was? Und ist ja gar nicht der Mörder von Gubi Noe. Ja. Wer hat denn nur Gubi Noe geschötet? Klar war das. Die Kreatur, Mann. Gubi Noe hat fünf Runden lang um Hilfe geschrien. Und keiner hat was getan, Mann. Dafür wird Pipipupua jeden vernichten, der noch lebt. Das wird besser sein, Mann. Das ist schwer. Wenn Pana... Kann nicht nur nicht nur ich move'n. Das ist eigentlich lächerlich, wenn er auch immer move'n kann. Die fünf Fuß, wenn ich es accesse. Ich finde das nicht okay, eigentlich. Dann bleibe ich einfach da stehen. So, mit einer Action tanze ich dich an. Okay. Wisch den Finisher? Naja, da steht move up to ten feet in the same direction. Und bei success sind es dann up to five feet in the same direction. Aber up to. Das heißt, du kannst auch entscheiden, dass du alleine bist. Wirklich. Ich würde es so verstehen, ja. Danke, Game. Danke. Na gut, dann mache ich hier... Ich meine, du bist ja quasi der Tanzführer. Du leitest den ja. Ja gut. Hauptsache, der Bär hat jetzt Flanky. Ist okay, Mann. Ja, du bist eh nicht dran. Der move'n dann eh wieder. So, wie heißt der Scheiß schon wieder? Das ist so nervig hier. Ist eh das einzige, wofür dieser Companion ist gut, ist vom Ranger fürs Flanken. Ich finische ihn gleich. Ist mir egal. Liefel! Jawohl, endlich. Bam! Uff, was kann ich hier alles auswählen? Das ist ausgewählt. Das ist ausgewählt. Das ist ausgewählt. Free-Size-Strike, Step is a Free Expert. Naja, ist ja gut. Free-Size-Strike, ich kann doch noch was auswählen. Mhm, was steht denn da? Habe ich Free-Size-Strike? Das ist noch eine Frage Nummer eins. Ich glaube nicht. Aber dann kann ich es auch nicht auswählen. Kommt das hier, Junge? Oh ja, okay. Ja, das passt schon. Beeling-Finish weg, das ist weg. Okay, ich rolle jetzt. Boom. Und dann aber... Ah ja, den musst du vorhin noch rollen. Fortitude Safe. Na entweder oder, oder? Hast du dir ausgesucht den Fortitude Safe? Entweder Precise Damage, ist der inkludiert in deinem Damage? Ich hab gar keinen Frisch-Heiß-Strike, oder doch? Hast du dir noch mal drinnen? Doch, das ist der normale Scheiß. Ja, das ist der normale Scheiß. Dann kriegt er keinen. Aber weil er so abgelenkt ist, kann ich auch noch mal zuschlagen. Weil ich ein bisschen schurkisch bin. Ah ja, ich kann mit's move, man. Dann move ich einfach. Ansonst... Da ist das Step... Im zweiten Tough-Style. Smash-Buckler sieht lustig aus. Ganz nah am Step. Oh, Panache ist aber weg. Und... Das waren zwei Actions, aber... Da hab ich immer noch eine Action. Ah ja, da ich voll gefressen bin, das... Das gibt halt... Das steht nicht... Das ist ein Binder, das gibt nix zum Ausmalen. Aber ich kann jetzt 65 move, man. Was? Okay, ne, warte. Das stimmt schon. Er steht nirgendwo, aber ich kann jetzt 1000 Fuß laufen. Ich stell mich... Bin ich doch... Nee, nee, okay, ich stell mich doch. Ist egal. Ich bin so fett, Mann, aber ich rolle richtig so dick wie ich bin. Das ist... Wisst ihr wie diese... Wie heißen die? Die Flash-Twin-Duos da von Elden Ring? Baron Adorian. Guter Kollege von mir. Und plötzlich... Was für ein Reinshot das? 30 Fuß. Ich will eigentlich gar nicht so nach... Ich will eigentlich gar nicht so nach... Scheiß drauf, ich schnippe nur mit den Fingern. Und aus meiner Hand... Oder aus meinem Finger kommt plötzlich ein Blitz... Der zuerst... Oh, Wun trifft. Nein, warum greife ich mir hin? Das tut mir irgendwie weh. Jetzt wird dir wohl die Kugel... Oh, was ist das? Oh... Und danach... Wudi. Tofflevel 10er. Hinten... Oh, und warum? Und danach... Wudi. Nein, Wudi. Er fängt ihn wieder mit der Brust ab. Eine Action habe ich noch mit der Essig-Chips. Äh, Essig meinen Fleisch... Dings. Fleisch-Chips. Tötet sie endlich! Diese Schwächlinge! Wie konnte sie die andere Gruppe besiegen vorher? Wes, was seid ihr für ein Blutfürst? Wie schwach seid ihr eigentlich? Ist halt irgendwie so. Ihr habt Gubinoe auf dem Gewissen, Wes. Ich hoffe, ihr sterbt. Schauer... Es ist fast so, als würde der Geist von Gubinoe in Pipipupu weitergehen. Pipipupu hat schon aufgegeben im Leben, Mann. Der war gelangweilt, hat sich nur voll gefressen. Und dann kam Gubinoe, Mann. Hahaha. Jetzt hat er wieder keinen Sinn im Leben. Im Untoten. Ist halt traurig. Ja, Mann. Und zwar schieß ich das auf den Ogun. Ja, Mann. Komm. Häufchen Asche, Mann. Das passt perfekt zu Ogun. Nein. Oh Gott, Ogun. Was wird Ogun jetzt tun? Baaah. Uff. Ogun. 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 Das hat schon damals nicht geklappt, wer sonst wäre jetzt auch nicht klappen. Ogun. Ogun. Aber warte doch mal. Sollen das. Musst du schon lesen, du. Damage ist schon. Damage kriegst du. Vor allem steht critical succeed, dann kriegst du hier einen success better, Mann. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das war nicht der, als er noch mal gibt. Pff. Der Fortitude-Safe ist doch nur, ob du... Naja, das ist für Damage. You take 12, die 10 Damage, with the basic Fortitude-Safe. Ah, end basic. Traurig. Ja, wir kennen es alle. Und lieben es auch alle. Wes. Der Erste trifft dich. Halt, stopp, Mann. Er macht eine Reinsteteck. Da kann ich ihn selbst noch retten. Das ist aber ein Fehler. Dann mache ich das auch. Ich... Spudi. Ja, da ist es so. Ich kenne es euch nicht, wo die aber sterb. Der Erste trifft. Der Zweite. Trifft dich auch, Wes. Das heißt, du musst wieder... Jetzt kann ich die ganze... Hacke Pause. Das geht mir offen sein. Du musst auf jeden Fall ein Fortitude und Reflex-Safe machen. Mach dich schon mal ready. Gib einfach auf, Wudi. Wudi gibt nie. Weil du... Der Charakter macht null Davids, aber er nervt einfach nur. Das ist perfekt eigentlich. Wudi, du safe schaffst du nicht. Mach Reflex-Safe. Den schaffst du. Das heißt, du bist wieder Stunt 1. So, zwei Actions hat Wudi noch. Und... Wir wissen alle, was passiert ist. Eins. Zwei. Ich bin der beste Bogenschütze. Gib's! Was sagt Bunny dazu? Ich werde versuchen, ihn jetzt zu töten. Aber es ist nur die Frage, ob ich ihn auch treffe. Du erst zeige, dass du die bessere Bogenschütze bist, diese hässliche kleine Puppe. Aber du greifst oben an mich. Mach's egal. Okay, egal. Ich versuche... Ich versuche jetzt... Wudi anzugreifen. Ich gebe Bernhard eine Action. Töte ihn Bernhard. Schade, Bernhard. RIP. Bernhard... Bernhard... Köstlich. Bogenes tragen. Das ist ein guter Pet now, ne? Das heißt, die Sonne wird größer... und bewegt sich dann durch... alle hier durch... Bis es da hinten, die ihr euch drückt. Der nächste... Ja, der nächste... Auch durch Wudi sagen also, dass... Allemann... Ja, der nächste... Ja, der nächste... Wo die Stelle, meine Aura, deswegen hat er 19% Resistenz, weil ich will trotzdem... Hallo... Aber er hat auch weakness... Pipipopo... krass pipipopo tanzt so schnell man der brennt selber immer hm es sollen alle die in meine aura stehen kommen 9 bonus damage meinst glaub ich oder damage ist das hier dann erschaffe ich eine zweite sonne und die zweite sonne oh der bär kriegt doppelten schaden warum mit 33 ich bin mir nicht sicher 33 mal 2 ist 18 jetzt sind wir 80 oh oh und die zweite sonne erscheint und bei dir West natürlich ja oh oh ich hatte ganz vergessen dass Waffen ja nochmal 35 damit geht West zu Boden jesus eine action habe ich noch um 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 schädel wo kommt der her und die Banane schau doch nicht schon gar nicht aus eine bisschen magisch und äh er schält die Banane und wie dieser Banane ist ein Halbling sondern irgendwie weiß ich nicht so ein bisschen magisch und äh er schält die Banane und wie dieser Banane ist ein Halbling man ignoriert dich und das ist das haben ström da war kein halb nur ein mensch sondern tanze ich dich wieder an wo die ist unglaublich tanz also ich muss immer wieder wenn man so ein schiss tanz mit mir wurde es aber jetzt kannst du ihn ja nach rechts und dich auch nach rechts bewegen das stimmt viel intelligenter dann will ich das wo die hier steht dann ist er verlängert und dann ist ein strad regeln stupefied empfiebeld bringt alles nix die ting die ting wie viel zu der scheiß ist voll kompliziert alles die ting aber ich noch konnte ich treffe steche mir in den rücken gratis steppen Ich steppe da hin Panache ist weg Kann ich zweimal tanzen in der Runde? Ja Krieg Dann tanze ich dich auch an Taxis Ich steppe da in zwei Und habe Panache Und das war es glaube ich Ja ohne Eidolon Na dann Was machen wir nirgends für Lust Kill jetzt bei Rains den Lehmann Uff Nein man Ich will keinen grossen Spell mehr benutzen Die sind viel zu schwach dafür Manche nehmen Hero Points Ich schnipp nur mit den Fingern Und Was nehmen wir diesmal Ganz viele Nadeln schießen aus meinen Fingern auf Rudi Oh Nein Ich will dich nicht töten Wo die Ah wo die deckte wohl Das ist alles? 24 Hm So genau Achso ist ein Kämpfer Typeru nimmt das alles nicht ernst hier Und dann fresse ich weiter Mein Eidolon hat sich noch nicht mal gezeigt Jawohl das ist es wo die West liegt auf dem Boden Hammer voll vergessen Wurdi kriegt eigentlich noch 24 schaden Wow Ah ja stimmt Dann geht Wurdi durch die Dings doch zu Boden Ah, die Nadel stecken in seinem Holzkopf. Ich bin ein bisschen traurig. Oh mein Gott, das erste Mal, dass ich was getroffen hab. Bin ich denn Hunt Braver? Ja, ich hab das ganz am Anfang gemacht. Na, studiert. Nein, noch Rudi. Ja. Und mein Bär schlägt auf Rudi, auch wenn er bewusstlos ist, aber er ist zu dumm, er trifft einfach nicht. Er schielt auch ein bisschen. Das ist es jetzt. Es macht einen Dying-Dingst. Und du bist Dying-2. Und erneut kann Rogol es tun. Nein. Ach, ist eh ein Lidsch, man ist doch egal. Stimmt, aber trotzdem. Gibt da eine Runde ab. Größer mal für eine Free-Action. Die Sonne wird noch größer. Und dann geht die Sonne durch uns alle durch. Trifft alle, auch Rudi. Aber Rudis-Reflexe sind natürlich legendär. Ob er nicht bewusstlos ist? Natürlich. Hab ich nie ganz verstanden. Ja, komm. Die Sonne. Das ist ein Reflex im Schlaf, deswegen heißt Reflex-Safe. Der reut sich zur Seite. Das ist das letzte Mal, dass wir die Sonne sehen werden. Vielleicht? Und sie ist niemal wieder. Scheißegal. Aber dafür wäre es... Oh. Wie? Oh. Ich habe ein bisschen Resistence. Das ist schon. Was heißt das jetzt? Bin ich jetzt Dying-4? Ja. Der Bär. Oh. Plus 8 extra Damage. Ne, 9, sorry. Also 39. Ist Wess noch am Leben, oder was? Ja, ich sag ja, Dying-5 muss es sein, oder? Achso, ich habe ja da noch eine Sonne sowieso. Die Sonne ist sustainig. Zack. Und lass sie nochmal. Und dann kommt die Rudi hier oder so. So, auf alle vier fliegen. Rudi auch. Rudi ist ein Gott. Was? Okay, das ist nicht gut. Die erste hast du gar nicht gerollt bei ihm, oder? Nein, doch. Ich mache beide jetzt. Oh, okay. Ja, dann. Kann ich irgendwas Hero Point, oder? Äh, zu, sogar. Dann habe ich ihn mit Ogun getötet. Sehr passend. Rudi ist tot. Rudi verbrennt im Feuer, Ogun. Rudi ist vernichtet. Aber Ogun bekommt das gar nicht mehr mit. Ogun ist total in Rage. Bernhard ist auch tot. Bernhard ist tot, immerhin. Wes, es wurde auch vernichtet. Habt ihr nur kurz gekannt. Pipi, pupu. Wer lebt noch? Ich bin total in Rage. Tanz dich in Rage, Mann. Und plötzlich biebt auch noch der Boden. Unter Pipi, pupu und unter Knochen. Pipi, pupu. Auch du, Bruder Knochen trocken. Musst ein Body to save machen. Bruder, äh, jajajaja. Äh, folgt jetzt unter. Nein. Das ist der Damage. Pipi, pupu. Fuck. Bruder Knochen, renn hierhin. Pipi, kulture? Ist das so? Ja. Das ist schlecht. So? Du bist natürlich in meiner Aura. Nein, meine Aura ist jetzt ja weg. Das ist nicht mehr meine Aura. In deiner Aura. So, dann habe ich gesehen, dass ich diesen hier habe. Das heißt, meine Exploit-Vunerability ist eine Free Action. Ah ja, okay. Also mache ich das gleich. Bei dir, Ugun. Nee. Mache ja eine Esoterik-Check. 38 haben wir vor, glaube ich, gesagt. Oder 39. Weakness is cold on water. Genau. Dann... So viele Sachen. Cold ist ein bisschen... Ja, okay. Wo war das jetzt wieder? Wie kann ihm jemals kalt sein? Wuhwuhwuh. Jetzt unter 100 Grad. Das heißt, mit Exploit-Vunerability kann ich jetzt ein... Trinket fixen. Zu meiner Waffe. Und mach dann... Deine Weakness als Schaden dazu. Sieht das richtig? Ja, wobei du kannst ja 2 plus halber Levels mehr. Also wie der 11. Ich glaube mal 5 Weakness. Achso, wir müssen mal... Schade. Aber da muss ich irgendwie noch was dazu machen, dass ich dann... Jawohl. Äh... Weil ich glaube, dass ich mehr Angriff noch dazu... ...kriegen würde. Ja, du kannst plus 2, ich glaube. Boah, ich habe noch genau 3 HP. Ich habe noch einen Angriff. Schade. Und steppe ich hierher oder wenn es Difficult darin ist, gehe ich noch mal. Nee, hier nicht. Ja, bei dir ist eh nichts, glaube ich. Okay. Steppe ich noch mal und mache meine Flurry of Blows. 1x. 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 Boah, ey. Oh, cool. Ich habe leider nichts, was Fixed Damage macht. Das heißt, ich war normal, ja? So blöd ist es. Alter, Moment. Du hast doch Mist. Das heißt, ich kriege da Damage oder nicht Bruder Knochen hoch. Das ist richtig. Ja, dann kannst du... Ich habe dich exploitet. Der Ogun. Ich sehe ihn, wie meine... Keine Ahnung, sind mir eigentlich alle egal hier. Aber ich sehe, wie er Leute anzündet. Und Geb hat gesagt, dieser muss sterben. Also schreie ich nur für den Blutkönig. Geb. Knochen für den Knochen, Thron. Schlage ihm nieder. Meine Waffe zieht es magisch zu seinem Herzen. Ich bin der Geisterkönig, die Trottel. Geisterkönig, Blutkönig. König von allem. Nein, 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 nein. Wer bleibt da? Alle haben Seele treu. Mein Skelett, ich habe nichts im Kopf. Verpufft die Flamme, oder was? Oder kann ich ihn fressen? Hä? Ein großer Königgeb. Das war mal wieder eine peinliche Vorstellung von diesem Licht. Obwohl er mit uns gekämpft hat, ist er zu Boden gegangen. Der Schwächling hat Gubinoe auf dem Gewissen. Lass ihn oder sie... ...sterben. Ich glaube, sie ist... ...oder er ist... Es ist noch nicht... ...Liederbaronen. ...Nur idiot. Und dann beiß ich wieder in diesen Halblings noch eine neue Banane auf. Ja, dann bleibe ich halt da stehen und hau auf dem Bewusstlosen drauf, bis er tot ist. Okay. Sicher ist sicher. Ja, das müssen wir jetzt nicht abspielen. Man muss schon sicher gehen. Und ihr haut so lange drauf, bis sie alle kaputt sind. Gegen diese Schwächlinge sind die anderen gestorben, die anderen Blutfürsten? Ich verstehe das nicht, großer König Gabe. Schau dir nur diesen Lächern. Der ist auch am Boden. Lächere dich. Schwächlinge überall! Großer König Gabe, warum habt ihr mir, Baron Adoria, nicht von Anfang an diese wichtige Aufgabe gegeben? Warum? Weil du ne kleine Ratte bist. Wir wissen doch alle, dass ihr euch mit solchen Kleinigkeiten normalerweise nicht abgebt. Ihr habt recht, Gabe. Verzeiht. Und nun entfernt euch wieder etwas weiter weg von mir, danke. Mach mal party to save. Naja, ich auch. Nun denn, bringt mir die Urne. Aua. Ihr stinkt wie eh und je, Baron. Ja, das soll das. Kann ich meinem Bär sein Oil geben, damit er nicht stirbt? Dein Bär ist nicht untot. Ah, er ist, achso, okay. Er ist tot, für immer. Oder nein, das funktioniert nur nicht. Okay. Hm. Du solltest das Oil auf Unlife vielleicht nicht auf das Lebenses drauf. Gut. Voll. Daran habe ich nicht gedacht. Soll ich würfeln, wann ich wiederkomme? Ich bin schon lästig. Ich bin schon lästig. Das ist die Gelegenheit, dass du unsere Egen aufhörst. Achso, ja. Stimmt. Ach, er muss einen neuen Charme machen. Ist doch bitte. Hä, warum, er kommt doch wieder? Eben. Ich wünsche dich. So, wer hat denn hier? Ja. Ja, dann, äh, ne? Gönnt euch. Es gibt genug Loot für alle. Ach, komm. Wirklich? Ich meine, also. Ja, aber ist doch blindert. Urgun hat alles, äh, hergebracht. Am besten, wir verkaufen alles, Mann. Teilen das Geld auf, oder so. Ich wär auch dafür. Also, wenn ihr irgendwas seht, was ihr unbedingt haben wolltet. Nein, komm, das ist doch alles, Mann. Nein, hab ich mir manche Items gekauft, ist das schon gar. Eben, Mann. Verkauf alle, Mann. Kauf alles, wie was steht. Viel ist alles wert. Mach die Hälfte. Ja, das Gold ist immer, ja, ist bisschen kompliziert. Können wir runden 2... ...tausend Platin? Was, Sophie? Oh, nicht. 2.000, das ist nochmal... Ich rede um Total Valve, oder nicht. Ob alles verkauft, Mann. Die Hälfte machen. Ja. Ja. 435.000. Aber 50.000 Gold ist ja nochmal extra. Ja, ja, also 480, also 480, oder was? Vielleicht mal das dann. Vielleicht mal das dann. Sagen wir es die 480, oder was? Abgerundet. Ja, das drehe ich aber um und heile alle. Fass mich nicht auf. Äh, was macht ihr? Und ich, ich knabber, ich knabber nur so mit meinen Zähnen. Was ist das denn, ja? Was ist das denn, ja? Ist das ein extra Ding, oder das? Scheiße. Zum Glück hab ich noch so viel frei. Verruhen, aber... Hast du noch, wie du sagst? Nehmt dieses... ...komische, magische, etwas an euch, was aussieht wie eine Sonne. Danke. Ähm, natürlich. Aber für was ist diese Sonne da? Wisst ihr das? Nein, aber... Ich habe das Gefühl, es könnte euch eventuell noch... ...hilfreich sein. Also jeder kriegt 8.290 allein von dem Gold, das Ogun bei sich hatte? Kann sich auch, glaub ich, jeder vollheilen dann. Kann man 13 Minuten dann heilen, dann kannst du mit einer Spritze nuckeln. Ich habe einen leichten Kratzer. Kratzer. Und... ...den Wert würde ich sagen... ...dann nehmen wir die Hälfte dann einfach und teilen es dann um mich zwei oder sowas, ja? Perfekt, mach jetzt. Sag an, ich seh'n deine Läufe. 5000... Ich runde einfach auf... ...5, 3... ...5, 3... ...5, 3... ...ne Gold. Achso, warte mal. Ich hab... ...ja, das ist Platiner. Ich hab, glaub ich, einen. Warte mal. Wie bitte? Das kann ich nicht sein. Also doch. Genau. Zweiunddreißigtausend Gold... ...bekommt nochmal jeder. Ewer. Wir hatten nur viel. Das kann halt schon sein. Warne Mängel, ja. Ich hab dreimal nachgerechnet, weil ich's kaum glauben konnte. Warte, dann müssen wir nochmal shoppen gehen. Shopping-Time, ja. Apex-Item, ja. Ich hab abgerundet auch, damit man ein bisschen... ...macht das, macht das vom nächsten Mal, also. Ja, 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 ja. Und halt nebenbei, wenn man's schafft. Ja, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Also Apex-Item zum Beispiel, ja. Geisterkönig-Geb. Dieser Schwächling da drüben hat Gubinoe auf dem Gewissen verlangt von mir. In diesem Schwächling. Nun euren... ...eure rechte Hand zu vernichten. Verstehe ich das richtig? Nun... ...sagen wir's mal so. Meine... ...ehemalige rechte Hand ist, äh... ...der Drahtzieher, der dafür verantwortlich ist, dass eure Gubinoe... ...nur nicht mehr unter uns weilt. Er rastet richtig aus. Er schlägt auf den Boden. Ihr wisst also, worauf ich hinaus bin, richtig. Ich beuge mich, und dann rolle ich rückwärts raus. Morgen in der Früh brechen wir auf. Verpiss dich. Scheiße, da war ich alle. Der große Geb hat gesprochen. Und Chemnibi, der Verräter, wird sterben. Wo großer König geht. Ich war es, Baron Adorian, der euch schon vor tausend Jahren vor diesem Chemnibi gewarnt hat. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Nun, wie es scheint, hattet ihr recht mit eurer Vermutung. Es ist wohl wirklich schwer, heutzutage vertrauenswürdige Helfer zu finden. Ich hoffe doch, dass ihr alle immer noch loyal seid. Euch gegenüber immer. O großer Geb. Nun gut. Baron, bring mir diese Urne. Natürlich Geb. Und du bringst sie ihm. Ich hab sie ihm schon reingezogen. Also. Hm. Nun. Das hier wird eine Weile dauern. Lernt euch doch kennen die nächsten Tage, während ich diese Urne hier bearbeite. Und sobald ich Näheres weiß, hoffentlich den Unterschlupf vom Kennebi ausfindig machen konnte, dann lasse ich nach euch rufen. Achja, und, ähm, vergesst nicht, diesen Lich wieder mitzubringen. Wo sollen wir ihn denn finden? Nun. Ich bin mir sicher, Männer von eurem Rang haben Möglichkeiten, einen Blutfürsten hier zu finden. Und damit werdet ihr hinausgebeten. Euer Wieler soll geschehen. Es vergehen sechs Tage. Dürft euch natürlich alle voll heilen. Und voll fressen. Das auch, ja. Du wirst niemals voll sein. Das ist halt wirklich so jung, ja. Deswegen bin ich auch schon so fett. So, ja, Wudi und Ogun werden natürlich entfernt aus dem Thronsaal. Irgendwo in irgendeinem... Auf einen Kompost geschmissen oder so. Ogun hat insgesamt sechs Spielercharaktere umgebracht. Das hat reich dir. Traurig. Hätte mich Ogun umgebracht, würde ich nicht weiterspielen, soll ich? So, und dann, äh, genau. Nach sechs Tagen ruft euch Ägib wieder erneut zu sich. Da fehlen doch noch welche. Wo ist Pipipupu? Ah, da kommt er ja an. Pipipupu hat ein neues Stirnband und es steht oben wie Miss Gobino jetzt mit deinem Herz. Ah, und die Dame mit den Bären. Nun gut, dann sind wir ja alle versammelt. Und... Es war allererst... Wes, tretet vor. Ich spuck dir auf den Boden vor, wie du gehst. Wes, mir scheint, ihr musstet euch noch etwas an euren neuen Körper gewöhnen. Ich bin mir sicher, dass ihr in den kommenden Tagen etwas mehr von eurer eigentlichen Kraft zeigt. Nicht richtig? Ich nicke und gucke auf den Boden. Geschämt. Na gut, dann verstehe ich mich. Schwächling. Also dann. Wes und auch meine treuen Gefolgsleute, ihr habt bewiesen, dass ihr mir loyal dienen und diese Mission übernehmen könnt. Ich habe euch ja bereits aufgeklärt, worum es hier genau geht. Kim Nebi muss unschädlich gemacht werden. Wes, tretet bitte vor meinen Thron. Hier. Eine kleine Belohnung für eure Loyalität und Ehrlichkeit. Ich nehme es dankend an mich. Er hat Gopinoe auf dem Gewissen und dafür kriegt er eine Belohnung. Wege, Geb, sind manchmal unergründlich, Pipipopo. Aber letzten Endes ist Geb immer am Recht und weiß es besser als wir. So ist es. Ich erwarte mir aber, dass sie zumindest zur Beerdigung kommt von Gopinoe. Ähm. Natürlich. Ich werde sie zumindest von meinem Balkon aus beobachten. Nun denn. Nun denn. Ich werde tanzen nur für euch. Wie kannst du so mit G reden, Pipipopo. Ich verbeuge mich und ertrete dann wieder an. 5.000 Jahre alt. Also denn, meine Streiter. Ihr habt euch alle fähig und loyal erwiesen. Aber hier ist eure Arbeit natürlich noch nicht zu Ende. Walchis Seele ist leider in einem relativ schlechten Zustand. Schlechter als ich erwartet hatte. Er ist nur noch ein Fetzen und ihn zu verhören ist aussichtslos. Dennoch sind wir nicht ganz ohne Möglichkeiten. Seine Seele hat noch eine schwache Verbindung zu den Seelenfragmenten, die von Chemnebi verzehrt wurden. Ich kenne da ein Ritual, mit dem ich Balchis Seele manipulieren kann und damit diese Verbindung nutzen kann, um meine Antworten zu bekommen. Allerdings brauche ich für dieses Ritual noch ein paar sehr spezielle Komponenten, die ich leider nicht zur Hand habe. Ihr werdet sie für mich beschaffen. Und es gibt da noch eine andere Sache. Eine etwas persönlichere Sache, aber auch die möchte ich euch gerne ans Herz legen. Ich glaube, mit diesem Ritual kann ich auch meine eigene Seele manipulieren. Anstatt hier dann nach irgendwelchen Erinnerungen zu suchen, werde ich stattdessen meine Seele von diesem Thron losbinden, damit ich Mekitha verlassen und nach Belieben umherwandern kann. Dazu brauche ich allerdings noch ein paar zusätzliche Komponenten. Falls ihr diese finden solltet jedoch, werdet ihr dafür natürlich entsprechend belohnt. Es sei aber gewiss, dass die Beschaffung der Komponenten für das Ritual Balchis Seele zu manipulieren weitaus wichtiger sind. Das heißt, kümmert euch zuerst um diese und falls ihr zufällig noch über diese anderen Komponenten, naja, stoßt, bringt sie gerne mit. Nun denn, dann lasst mich euch mal erzählen, was ich so brauche. So, dann gebe ich euch mal eine Quest frei, die ich angelegt habe. Es wird jetzt nämlich ein bisschen komplizierter, was ihr da alles braucht. Gebs Ritual. Gebs Freiheit. Oh mein Gott. Wo siehst du das? Siehst du das? Quest Lock. Da oben bei den Tagebüchern Journals, unten Quest Lock. Also, Gebs Ritual. Großer Geb. Ich werde euch alles besorgen, was auf dieser Liste steht. Ich, Baron Adorian, werde persönlich dafür sorgen, dass ihr nicht mal an diesen Thron gebunden seid und über die ganze Nation herrschen könnt, wie ihr wollt. Aber der Schleimer wie eh und je. Warum? Unglaublich. Das freut mich zu hören. Seid still, das was der Großkönig braucht, sind treue Diener wie ich. Natürlich. Also, lasst uns doch mal kurz die Komponenten durchgehen, die wir brauchen für dieses Ritual. Erstens. Im Westen Mekitas, die Kathedrale von Epiphenomena, darin gibt es einen Schädel eines gewissen Okkultisten, namens Algari. Er befindet sich irgendwo im Gebeinhaus der Kathedrale, irgendwo tief unten. Am gleichen Ort solltet ihr kristallene Prismen finden, die sich wohl auf der obersten Ebene der Kathedrale befinden. Könnt ihr diese zerstören, würde mir das bei meinem persönlichen Ritual helfen. Der zweite Ort, den ihr aufsuchen sollt, ist das Sinerarium, hier im Zentrum von Mekita. Es gibt dort eine nekromantische Quelle in den überfluteten Katakomben unter dem Sinerarium. Diese sollt ihr reaktivieren. Des Weiteren brauche ich für mein privates Ritual die Rüstung eines Grabritters. Und nun, da er mich in letzter Zeit des Öfteren enttäuscht hat, bitte ich euch speziell um die Rüstung eines gewissen Seldecks. Der nächste Ort ist das Ebenmausoleum im Norden Mekitas. Ich brauche daraus ein Objekt von Chemnibi, das Balji damals von ihm erworben hat. Und was genau das ist, ist euch überlassen. Es braucht nur eine gewisse Verbindung der beiden. Ihr findet dort auch ein spezielles Buch. Ich weiß nicht, ob es sich immer noch dort in der Bibliothek befindet, aber das Buch nennt sich Spectraspira. Auch das brauche ich, um mein Ritual der Freiheit durchzuführen. Der vierte Ort sind die Farmen um Mekita herum verteilt. Ich brauche ein Stück des neuen Urschattens von Collins Folly, einer verfluchten Sonnenuhr irgendwo auf dem Ackerland. Ihr müsst da ein bisschen umherfragen, um die richtige zu finden. Außerdem brauche ich für mein eigenes Ritual den letzten Atemzug der Person, die diese ganze Verschwörung hier um Chemnibi in die Wiege geleitet hat, einer gewissen Berliner Haldoli. Und der letzte Ort ist das Ossumhaber im Osten Mekitas. Ich brauche davon einen Teufelsflammenkäfig, ein magisches Licht auf der Spitze des Ossumleuchtturms. Vielleicht könnt ihr dieses Licht ja sogar mit dieser komischen Sonne, die ihr da mitgebracht habt, ersetzen, damit das nicht so auffällt. Und für mein Befreiungsritual brauche ich die vier Grundbausteine des Leuchtturms. Sie sollten sich irgendwo im unteren Bereich befinden. Ist das alles angekommen? Habt ihr euch das gemerkt? Oder notiert? Das dürft ihr natürlich gerne tun. Hm. Äh, Baron. 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 Ja, verzeiht, Großer. Gebe ich das hoch. Oh, Entschuldigung. Ich habe alles mitgeschrieben und natürlich zugehört. Hm. Ich werde euch alles besorgen. Baron, ich übergebe euch die strategische Führung dieses Trupps. Wie immer. Natürlich. Natürlich, Großkönig Geb. Nun denn, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Hm. Gut. Ich habe eine Frage, Großkönig Geb. Ja, was denn? Falls ihr das Ritual der Befreiung... Kommt nicht zu nah heran. Verzeihung. Was habt ihr denn dann vor? Falls ihr nicht mehr an den Thron gebunden seid, meine ich natürlich nicht. Hm. Tja. Schätze, ich schaue mich endlich mal wieder ein wenig um. Aber hier entgegen doch, oder nicht? Ihr müsst wissen, nachdem ich fast 5000 Jahre hier an diesen bescheuerten Thron gebunden bin, erhoffe ich mir etwas Auslauf. Und falls ihr einen Kanzler braucht, der die Staatsgelenke hier führt in der Zeit, ihr wisst ja an wen ihr euch wendet. Dann werde ich die natürlich von meinen treuesten und loyalsten Dienern erwählen. Danke, Großkönig Geb. Und dann. Ich möchte nochmal klarstellen. Oberste Priorität haben die Gegenstände für das Ritual den Ort, an dem sich Genevi auffällt herauszufinden. Die anderen Dinger. Es wäre schön, wenn ihr mir sie bringt, aber... Ich hab's auch nicht eilig. Das können auch noch andere Leute nach euch erledigen. Konzentriert euch also zuerst auf diese Ritualsgegenstände für die Seele von Balji. Ich habe eine Frage. Großkönig Geb. Ich kenne Seldeck ja nun schon seit einigen hundert Jahren. Was hat er denn getan, dass er nun... Ihr wisst schon. Von wem redet ihr? Von Chemnibi? Seldeck. Seldeck? Nun... Sagen wir es mal so. In letzter Zeit hat er des Öfteren beteuert und seine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass gewisse Blutfürsten sehr vielversprechend sind und mit Sicherheit die Aufgabe erfüllen, die ich ihnen zuteile. Beide hat er erstens damit enttäuscht und zweitens... Nun... Es gab ein paar andere Aufträge, über die ich nicht weiter reden will, die er auch nicht unbedingt zufriedenstellend ausgeführt hat. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage genug. Das ist mehr als genug, auch großer König Geb. Na dann, die Reihenfolge, wie ihr die Orte angeht, sei euch überlassen. Am besten legt ihr gleich los. Natürlich. Wir bewegen uns sofort, nicht wahr? Ich klatsche mit den Händen und sag, ak, 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 ak. So, sei es. Ich schmeiß die Badanenschale von deinen Hund. Wes, führt die anderen Blutfürsten gerne in dieses Etablissement, was ihr da hattet. Das wird jetzt sowieso nicht mehr gebraucht. Großer König Geb. Jawohl. Geb. Seid ihr sicher, dass wir diesen hier mitnehmen sollen? Und ich schaue so zu der Schlange. Sehr rar. Er war jahrelang ein treuer Diener. Wieso? Na ja, er ist ein Quick. Und warte. Er ist nicht der einzige Quick unter den Blutfürsten. Es kann ja nur sein, dass es etwas gefährlich für ihn wird. Die Quicks sind ja dafür bekannt, nicht so lange zu leben. Nun, ich bin mir sicher, wenn er in seiner Lebenszeit schon ein so loyaler Diener war, dann wird er sicher nach seinem Ableben auch nicht viel schlechter werden. Da habt ihr recht. Das ist eine gute Idee. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Pralinen, weh. Kleine Feen sind wie Pralinen. Hm, yummy. Was habt ihr gesagt? Sagte Feen, schmecken gut. Noch nie in der gekostet oder wer. Geht weg von mir. Es stinkt. Also dann, ihr habt ja alle zugehört. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Wo gehen wir als erstes hin? Nun, vielleicht solltet ihr das in eurem neuen Stützpunkt diskutieren und nicht hier in meinem Thron soll. Danke. Geh sofort zu meinem Schloss. Wir können uns dort treffen. Dein Schloss kannst du mir gerne als Map geben. Bis dahin. Schickt euch mal hier ins Hemokobin. Ich hab Wiss gehabt. Ah doch, da bist du ja. Setzt euch. Hier in diesem Tisch wurden schon viele Schlachtpläne ausgefeilt, auch damals im Trink gegen Nex, in dem ich als oberster General für Geb diente natürlich. Pipi-Pupu, bitte. Ihr seid ein ehrenwerter ehemaliger Krieger. Setzt euch doch bitte an den Tisch. Das Essen wird sofort gebracht. Und ich schnippe mit den Fingern. Ich sitz da schon längst auf dem Stuhl, aber ich bin so... Also, erzähl. Man sieht den Stuhl. Erzählt mir von euch doch etwas. Ich meine, Pipi-Pupu ist bekannt, natürlich. Aber du da, Geist, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Bevor er wieder zum Reden anfängt, wo sind eure Diener mit dem Essen? Und das Essen kommt schon da rein. Boah. Riesige Bananen oder bananartige Dinge. Aber du siehst, da gucken schon so Halblingsköpfe raus. Köstlich. Für die Schlange. Was will die Schlange zu essen haben? Ein kleines Nagetier. Mäuse, Ratten. Das gibt sie nicht. Perfekt. Das gibt sie nicht. Schaut auch etwas lecker, oder... Die Zunge fährt dauernd rein und raus. Richtung Porky. Wie er lecker ausschaut. Aber er hat auch eigenes Wunder, keine Sorge. So ein Bag of Reds raus. Wes? Wes, was wollt ihr denn essen? Wollst du gerade nen Bag of Reds raus? Hab ich's richtig verstanden. Ich schau dich nur an und sag, ich ernähre mich von Magie. Und was ist mit euch, Geisterfrau? Was soll schon mit mir sein? Mein Name ist Bunny. So könnt ihr mich gerne nennen. Niemals. Es ist lächerlich. Lächerlich? Wieso denn? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr eine Blutfürstin? Ähm, tatsächlich bin ich das, ja. Und ich hab schon gesagt, mein Name ist Bunny. Und was habt ihr so in eurer Vergangenheit für den großen Königgeb getan? Also ich hab letzte Woche angefangen mit dem Bogen zu trainieren. Ich weiß nicht, ob man's gemerkt hat, aber das ist noch ein neues Gebiet für mich. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Und Iso? Und was ist mit diesem Ding? Ähm, das ist mein Companion, er heißt Bernhard. Er ist sehr nett. Dieses hässliche Ding. Er sieht hässlich aus, aber er ist ein netter Bär. Er hat ein gutes Herz. Warum liegt er verwundet auf dem Boden? Er ist nicht das richtig? Ihr seid ein Quick und der Bär auch. Was ist denn ein Quick? Quick! Ein lebender. Ach so, nein der Bär. Wer ist eigentlich dieser Gularion? Mein Bär lebt, ja. Und du auch, was? Nein, ich bin doch ein Geist. Achso, okay. Sieht man das nicht? Nö. So hast du auch, wie ne hässliche Fee, die ich gerne essen würde. Bist du eigentlich klein? Tiny? Nein, normal. Du bist ein riesiger Elf. Ich dachte, so Feen sind immer klein. Ich bin halt keine Fee. Da ist doch Fee. Tja. Eine Elbe. Genau. Und ihr Pipipupu, ich meine, wir kennen euch alle. Ihr habt dem großen Königgeb ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gedient. Ihr wart in den Kriegen gegen Nex dabei. Ihr wart der größte Gladiator hier in der Arena. Mhm. Warum seid ihr nur hier? Ich zeig nur auf mein Stirnband. Wie Miss Gubinoe Forever hat. Der einzige Grund, wieso ich wieder zurückgekehrt bin, ist Gubinoe natürlich. Kennt ihr sie nicht? Natürlich. Ich habe den offiziellen Fanclub gegründet. Wir sind zehntausende groß. Soja, sie war der einzige Grund, wieso ich wieder mehr getan habe als nur zu fressen. Nicht voll zu stopfen. Und jetzt ist sie tot. Und sie werden mich rächen. Was ist mit euch, Bruder, Knochenruf? Ankemm Debi. Er ist schuld. Und dieser Weiß. Und ich steige auf dich und schmeiße eine Banane auf dich. War das eure Rache? Noch nicht. Reiche der Banane aus. Reflex saving, Bro. Gagag. Was wollt ihr wissen, Baron? Die Banane landet. Ich geb Hilfe. Genau in deinem Gesicht. Und sie klebt fest. Und du kriegst sie nicht runter. Der Schleim von diesem Halbling. Der hat auch reingekackt im Schlaf. Das ist auch Kacke im Gesicht. Passt perfekt. Aber Naras spielen gerne Tricks. Das ist in ihrer Lohrmann. Aber sie spielen nicht Tricks und scherzen nur um die Leute hier niederzumachen, sondern um den Leuten etwas zu lehren, beizubringen. Und ich lehre dir gerade, dass du schwächlich bist und dich besser ansonsten. Du Gubino schaue dich nur angeekelt an und sage nichts. Quess, ihr wart doch dabei, als die große Gubinoe gestorben ist. Erzählt uns, wie es passieren konnte. Was waren ihre letzten Worte? Wer lügt, dann frässe ich euch hier auf der Stelle auf. Nun ja, sie wurde von einem großen Richter zerquetscht und getötet. Was? Was? Also jemand, der sei der Fan, Ghost Surfer? Was meint ihr? Das wird von einem Richter getötet. Ja geil, also was ist ein Richter? Ein Richter hat er mit dem Hammer auf den Tisch geschlagen und gesagt, sie ist schuldig oder wie? Das weiß ich nicht. Seine Geschichte macht keinen Sinn. Wo wart ihr? Wo ist das passiert? Erzählt doch endlich. Was ist in der Ebene von Pharasma passiert. Ich habe einen Lichtblitz abgewehrt und in dem Moment, als der abgewehrt wurde, hat Gubinoe die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, heldenhaft, und dann wurde sie vom Richter gepackt und wir konnten ihn dann töten. Sie hat sich heldenhaft für uns geopfert. Das glaube ich nicht. Ich als größter Fan von Gubinoe weiß ganz genau, sie hat sich für niemanden geopfert. Gibt es zu. Ich durchscheue eure Lügen und ich würfle. Was würfle ich? Perception. Lügt er mich an? Hat sie sich geopfert? Hat sie sich geopfert? Hat sie sich geopfert? Hat sie sich geopfert? Oder hat er sich sterben lassen? Ich brauche kein Wort. Lie to me. Lügt mich nicht an. Was muss ich würfeln? Nix. Gar nix. Was hast du für Perception? Wahrscheinlich mehr als 23. Ist egal. Der lügt mich gekonnt an. Guter Lügner. Guter Lügner. Ich glaube nicht. Trotzdem. Werde nicht so schwach, würde sie noch leben. Werde sie noch untot sein. Aber egal. Und lasst uns aufbrechen. Was ist mit euch, Bruder Knochenroh? Was ist mit mir? Über seinen Friedhof aufgestiegen. Ich habe Geb gesehen. Ich habe von Geb gehört. Und alles was Geb will, will ich auch. Deswegen helfe ich ihm. Ihr tragt dieses Symbol auf eurer Brust. Ich trage mehrere Symbolen auf meiner Brust. Ich trage mehrere Symbolen auf meiner Brust. Unter anderem, ja. Eigentlich biete ich zu Geb. Das habe ich. Das werde ich hier nicht sagen. Geb ist unser König. Er hat diese Nation zu dem gemacht, was sie ist. Er hat uns vor dem schrecklichen Nex beschützt. Und viele von euch waren dabei beim Krieg gegen Nex. Wart ihr dabei? Ich war dabei. Ich weiß. Aber wart ihr dabei, Wes? Wart ihr dabei, Bunny? So alt bin ich auch nicht. Ihr habt diesen schrecklichen Krieg nicht gesehen. Und wie Geb uns beschützt hat von Nex. Was ist mit euch, Serra? Heißt du, Jörg, Serra? 5.000 Jahre. 5.000 ist der Krieg her? Ja. Ungefähr. So lange lebe ich noch nicht. Jahre minus 800 oder so. Also der Baron der Standard von dem Blutfürst, muss man wirklich sagen, über die Jahrtausende. Wurde ziemlich herabgesetzt. Nur noch Schwächlinge. Kinder. Nicht einmal 100 Jahre alt. Ist ja peinlich. Ich bin 2000 Jahre alt. Spricht nicht mit mir wie mit einem Kind. Wir sollten nun entscheiden, wo wir zuerst hingehen. Geb hat uns eine wichtige Aufgabe gegeben. Und auch wenn er gesagt hat, dass seine Befreiungsritual nicht so wichtig ist wie Cam Ebi zu stoppen, sollten wir trotzdem alles dafür tun, dass wir auch diese Sachen für ihn besorgen. Oder spricht etwas dagegen? Hat jemand etwas dagegen? Es ist immer gut in der Gunst des Königs zu stehen. Ihr seid ja gerne der Strategie. Ist richtig geil. Macht eine Strategie wie es immer tut. Hat jemand einen Vorschlag, wo wir zuerst hingehen? Ich habe gehört, dass alles angefangen hat von Gobi Noe. In diesem kleinen Kaff namens Gredwetsch. Und diese Haldoli. Mhm. Sie herumgefommentiert hat. Diese schwächliche Blutfürstin. Am liebsten würde ich ihr zuerst einen Besuch abstatten und ihren kleinen Quickschild vielleicht in eine Bananen stecken. Ja. Aber sie ist eine Blutfürstin. Also darf ich sie nicht anfassen. Aber vielleicht passiert ihr einen Unfall. Ich bin auch dafür. Wer soll uns herausfordern, wenn wir sie töten? Gib. Der uns den Auftrag gab. Wer sollen wir sie töten? Natürlich. Wir sollen den letzten Atemzug für ihn besorgen. Was bedeutet das? Hm. Tja. Vielleicht müssen wir sie zu ihm bringen. Da wird sie untotiert. Oh, da habt ihr recht. Erst er persönlich muss sie töten. So sehe ich das recht. Wir bringen einfach Haldoli zu wo Gabe. Dann erkennt man sich dann da. Knabbern einfach ihre Gliedmaßen ab und dann können wir sie auch leichter transportieren. Ja. Wir haken die Beine ab. Damit kennt ihr euch ja scheinbar aus, wenn nicht, wenn die Anschuldigungen stimmen besser. Wie Woody vorhin gestellt hat. Mich wundert es. Ich dachte, andere Blutfürsten einzugreifen ist verboten laut Gib. Aber das scheint ihm egal gewesen zu sein mit Woody. War das so ein kleiner Arm? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ihm die Beine fielen. Ich war da nicht zu dem Zeitpunkt dabei, als das passierte. Halbrichtig. Ich hab gehört, diese Sekretärin war das. Keine Ahnung, was hier redet. Wer auch immer es gewagt hat, einen Blutfürsten anzugreifen. Ich hoffe. Ich hoffe, sie wurden entsprechend bestraft. Zum Beispiel durch eine ziemlich heiße Flamme oder ähnlich. Köstlich. Oh. Wer kann uns teleportieren? Wenn nicht, dann können wir zum Grab gehen. Dann teleportiere ich uns. Sie gehen jetzt nach Grey Dirt. Oh. Okay. Ach, ach, ach. Was willst du denn Grey Dirt? Die Farmen vor Mekita. Ich hab' die Farmen vor Mekita. Ich hab' die Farmen vor Mekita. Ich glaub' wir gehen zu Ber... Ber... Berline. Hast du nicht gehört? Berline, Raldoni, Mekitas Farm. Naja, die ist anscheinend hier. Und dann brauchen wir das nicht teleportieren. Dann kommt. Sprechen sofort auf. Ich rolle so schnell. So schnell habt ihr noch nie jemanden rollen sehen. Naja, der Palast ist hässlich. Der ist auch ganz unten. Baron. Was soll das? Und plötzlich, du läufst also vorbei und beschwerst dich über den Palast. Taucht aber auf deiner Schulter etwas auf. Nämlich eine... Katzenartige Gestalt mit Flügeln, die dich plötzlich anstarrt. Und die versucht dir auch direkt Angst zu machen, als du das sagst. Ah fuck, ich hab' das hier nicht reingezogen. Egal, ich muss einfach jetzt Manuel. Oh, dann will die sie nicht her. Ge weg. Sie fliegt direkt wieder weg. Baron, ihr und eure hässlichen Kreaturen. immer. Sollen sie von mir fernhalten? Sag aber bei uns. Ja. Ich heiße dich doch noch mal ab. Ich heiße dich doch noch mal ab. Und noch Freunde. Lasst uns aufbrechen endlich. Okay. Also ihr wollt zuerst zu diesen Farm landen, ja? Für diesen neuen Urschatten? Ja. Okay. Für den letzten Atem zu will ich dorthin. Aber das ist ja auch der neuen Urschatten. Es sind viel zu viele Quests. Keiner kennt sich mehr aus hier. Wir müssen ein paar abschließen, dann werden es weniger. So. Ja. Also ihr begibt euch auf den Weg zu den Farm landen, zu den Ackern, die sich auch im Westen von Emekita irgendwo befinden. Und ähm. Ja. Fragt euch so ein bisschen rum, ne? Wo geht's hier zum, zum Coulons Folly, wo es diesen neun Uhr Schatten anscheinend geben soll. So eine verwunschene Sonnenuhr und so. Und ähm. Und ähm. Kurz nachdem ihr euch so ein bisschen rumfragen wollt. Ähm. Trefft ihr tatsächlich zufällig auf ähm. Berliner Haldoli. Die ich glaube von euch niemand so richtig kennt, oder? Natürlich nicht. Ja. Ja. Soweit man halt andere Bloodlords kennt und wenn es ganz wenige Living gibt, Sarah hätte an sich schon ein Interesse daran. Ja. Also ihr kennt natürlich, ihr kennt ihren Namen. Definitiv. Äh. Sie kennt euch ja auch. Aber ihr habt sie jetzt halt noch nie so wirklich getroffen. Ja, sie kommt so an, begrüßt euch so. Oh, hallo. Ähm. Oh, äh. Äh. Jedenfalls Blutwürsten, wenn ich mich recht entsinne. Ähm. Ja? Entschuldigt, ihr wisst schon wer wir sind, oder? Ähm. Ja, also. Ich glaube wir haben uns noch nie persönlich getroffen, aber. Ich, ich, ich spüre, ich spüre eine starke, eine starke Präsenz auf jeden Fall. Ihr seid definitiv große und mächtige Blutwürsten. Wir gehören zufälligerweise zu den ranghöchsten Blutwürsten in diesem Lande. Oh. Und vor allem nach dem Herr Rat von Kanzler Kim Nebi sicherlich auch bald die rechte Hand des Großkönigs. Also bitte etwas mehr Respekt. Äh. Wow. Also. Das ist ja, das ist ja. Ähm. Ja. Was, was macht der denn hier draußen bei den, bei den, bei den, bei den Farmen? Und wir haben zufälligerweise nach euch gesucht. Nach mir? Und nach mir. Wisst ihr, ich, ich bin gar nicht so oft in Mekita, das ist ja, ein interessanter Zufall auf jeden Fall. Bruder Knochenroh. Ak, ak. Los. Ak, 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 ak. Was, 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 worum geht's denn? Wie kann ich euch denn helfen? Ich renne schon auf sie zu. Sagen wir mal so. König Geb hat einer, um eine Audienz gebeten. Oder er hat euch ihr Herz zitiert zu ihm. Kommt mit uns, wenn ihr leben wollt. Aber er hat mir doch auch noch einen eigenen Auftrag gegeben. Das ist unwichtig. Wer war das? Nun, ich soll hier ein, ähm, Verschwinden, äh, inspizieren. Es gab so, ja, so eine Art, äh, Kidnapping von so ein paar, ähm, naja, Arbeitern, kann man sagen. Ähm, ja, die sind irgendwie spurlos verschwunden und das ist jetzt natürlich, äh, ein riesen Problem hier. Weil normalerweise sollten nicht einfach irgendwelche Arbeiter hier verschwinden. Gerade wenn es, äh, Quicks sind. Lügt ihr uns an. Pipipupu. Lügt mich nicht an. Kennt ihr mich nicht? Niemand kann mich anlügen. Das ist unmöglich. Der Forster, der ist nicht. Doch, hier. Oh, wo drückt ich darauf? Kann man das? Oh, ich kann nicht lügen. Ihr seid, ihr seid weit unter eurem Level. Äh, sie lügt aber nicht, also sie sagt die Wahrheit anscheinend. Wann hat euch Geb diesen Auftrag denn gegeben? Oh, das ist gar nicht so lange her. Das war vorgestern oder so, ja. Aber, ähm, wo wollt ihr denn genau hin? Also kann ich euch irgendwo hinführen? Zeigt uns die Farmen. Die Farmen? Ja. Die Farmen? Bisschen lächelt. Oh. Ähm. Nun, ich kann euch hinführen, aber... Seid ihr sicher, dass ihr da hin wollt? Das... Also diese Sonnenuhr ist etwas... Naja. Etwas merkwürdig. Es gab da mal einen, äh, von uns Reanimatoren. Ähm, das war dieser Kulun. Nun, äh, der hat mal probiert, ähm, eine dieser Sonnenuhren zu, ähm, verzaubern, kann man sagen. Er versuchte dabei die Zeit anzuhalten. Ähm, das war vor so ein paar... Ein paar hundert Jahren oder so. Ich weiß nicht genau, warum, äh, dass die genauen Hintergründe waren, aber irgendwie hat er das natürlich, äh, nicht geschafft. Aber außerdem ist die Sonnenuhr sehr, naja, verflucht, wie man sagt. Wir hätten das Problem zwar beheben können, würde ich sagen, aber... Naja, um ehrlich zu sein, es ist ganz praktisch, weil... Die Sonnenuhr ist, naja, relativ nah an, äh, den äußeren Landen und... Naja. Dient uns quasi als... Abwehrmaßnahme, kann man fast sagen. Aber, aber kommt doch mit, ich führe euch gerne hin. Dann fängt sie an, da so in so eine Richtung zu laufen. Dauert ein paar Minuten. Irgendwann kommt ihr dann da an, wo ihr jetzt quasi auch hier auf dem Map seid. Und uns vorliegt. Das ist aber groß. Mhm. Und was habt ihr hier jetzt vor? Also wollt ihr da... Die Sache ist die, also wenn ihr euch dem ganzen Ding da nähert, dann könnte irgendwas schief gehen mit dieser Verzauberung, diesem Fluch. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ihr... Bei den Reanimatoren... Ja, okay. Okay. Die mögen euch. Äh, ihr kriegt... Plus eins... Bonus auf, äh... Alle Skillchecks, um, äh... Die Falle, die sich dort befindet, also quasi dieser, dieser Fluch, diesen zu entschärfen. Ja. Seid vorsichtig, wenn ihr euch dem Ding nähert, dann geht's wahrscheinlich los. Gut, irgendwie sollen wir sie dann entschärfen. Ich weiß ja noch nicht mal, was ihr überhaupt machen wollt. Das verstehe ich auch nicht. Doch, ein Stück von der Uhr. Nein, wir brauchen ein Stück des 9 Uhr Schattens. Müsste warten bis es 9 Uhr ist. Hat der davon schon mal gehört, vom 9 Uhr Schatten. Nun... Also, ich nehme mal an... Da das Ding sowieso mit der Zeit etwas spielt... Könntet ihr da schon... Was... Rausreißen, aber... Wie gesagt, wenn ihr euch diesem Ding nähert, dann wird es wahrscheinlich loslegen mit seinem komischen Fluch. Ich hab euch gewarnt. Ich hab euch gewarnt. Habt ihr eine Idee, wie man diesen Fluch... Ausschalten kann? Hm... Naja, also entweder... Hebt ihr diesen Fluch auf... Mit... Irgendjemand, der in Okkultismus geschult ist, sollte das vielleicht schaffen können. Oder ihr habt irgendjemanden, der so geschickt ist, dass er das Ding, naja, auseinander nehmen kann. Ich inspiziere das Ganze. Schau's mir an. Naja, im Moment siehst du ja noch nicht viel, also ihr müsst da rangehen. Du musst der Ferne irgendwas davon erkennen, also wenn man ein Device anschaut... Das sieht anders wie eine Sonnenuhr. Okay. Wie nahe kann man herangehen, bevor sie auslöst? Nun, seht ihr diese kleine Erhebung direkt vor euch? Also ich schätze, wenn er da drauf geht, geht's schon los? Vielleicht sollten wir einfach mal drauf gehen und schauen, was passiert. Und dann machen wir uns bereit. Seht der Fluch nur die Personen, die hier drauf steigen. Oder auch uns hier unten. Leider kenne ich nicht die genauen Methoden, die dieser Fluch sich führt. Verständlich. Ich weiß nur, dass es ihn gibt. Und dass er wohl irgendwas mit Zeit zu tun hat. Banni, schickt eure Eratur darauf. Eine vorragende Idee, Sarah. Sarah. Und wenn mein geliebter Companion stirbt, wie wollt ihr mich dann entschädigen? Dann beleben wir ihn halt als Zombie wieder. Was für eine Frage. Das hört sich aber gut an, dann... Wo ist er eigentlich? Er ist gar nicht mit mir mitgekommen. Ich ruf ihn mal, Bernhard, komm her. Und ich hoffe, er kommt gleich. Ich muss den selbst reinziehen. Ich stell mich mit dem Schild vor. Wie geht das mit dem selber reinziehen? Ich schaff das nicht. Okay, da ist er. Dann geht er mal hier einen Schritt drauf. Warte kurz, ich... ...caste einen Kreis um die... ...Haldoli, dass sie nicht weglaufen können. Also einen Kreis kannst du schon mal nicht machen mit deiner Wolle. Doch, doch, warte. Da. Danke. Jetzt sagst du nichts mehr. Okay. Ihr schreckt erst mal auf. Warum? Was tut ihr? Ihr bleibt hier, bis wir hier fertig sind. Ja gut, ich wollte mir das eh angucken. Was ist denn zu einem Schurz, Berliner? Nein, ja. So, und der Bär geht rauf. Muss ich da jetzt was dem... ...saving throw oder sowas machen, weil ich ja dort stehe? Ich wollte das eigentlich vorher machen, bevor du da so dein Schild... Ist halt zu langsam. Weil da steht jetzt nicht, was passiert da immer reingeht. Was ist nicht passiert? Was passiert da? Kannst du das überhaupt machen, wo schon Kreatoren stehen? Was passiert da? Kampf! So. Ja, das erste was passiert ist, ich brauche von dem Bären... Wobei ich kann auch selbst holen. Wobei ich kann auch selbst holen. So, dein Bär ist... ...Stunt 3. Und mach mal einen World Save mit dem Bären. Der sieht eh schon sehr gestunt aus. Obwohl... Okay. Ne, er bleibt Stunt 3. Dann Initiative... Das erscheinen vier merkwürdige Zeitgeister. Der Zeitgeist. Nicht schlecht. Das ist besonders... ... Bär. Ach. Wir haben weiterhin... Oh, jeder hat sich wirklich... Hassходит... Ein Werk. Erstmal Time Stopp. Das machen dann sicher alle. Neun Actions in drei Sets. Dann castet er erstmal Haste auf sich. Dann Mirror Image. Was für Wichser. Und? Dann castet er noch, weil der Bär ist halt drauf gelaufen. Days await auf den Bären. Wer macht 42C? Mirror Image ist ein Cover, oder nicht? Nein. Es geht um Bäume, Wände. Okay. Andere Charaktere. Aber er kann eigentlich in Time Stopp andere nicht effekten. Alle anderen Kreaturen und Objekte sind, Objekte sind invulnerable. Und du kannst sie targeten oder affecten mit allem. Fingern kriegen. Machst du vor der Zeit? Ach so. Entschuldigung. Habe ich jetzt... Nein, er kann es ja nicht mehr. Echt? Ach so, weil er Stunt ist? Nein, weil im Time Stopp eher der Zeitgeist niemanden targeten kann außer sich selbst. Ach so. Oh, ist das so? Letzter Satz im zweiten Absatz. You can't target or affect them with anything. All other creatures and objects. Kein Dio-Moment. Okay. Also es ist eigentlich nur für die Box und so. Voll genervt, ey. Wenn eine Volifier zum Beispiel, die bestehen bleibt, startet dann loszulegen nach Time Stopp. Aber alles andere kannst dich targeten. Okay. Na gut. Dann, äh, bewegt er sich noch ein bisschen. Der nächste kommt, macht natürlich genau das gleiche. Jetzt aufs Klo. Und dann kommt í. Ich denke, ich hante mal einfach den ersten, den wir gesehen haben und versuche mal, ihn abzuschießen. Okay, krass. Okay, krass, 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 krass. Ah, okay, das kennen wir ja schon besser. Ich, ähm, ich versuch's nochmal. Das war's. Ähm, du hast ja aber Mirror Image drauf, ne? Das heißt, du musst erstmal einen D4 rollen, weil da sind ja drei Mirror Abbilder. Bei einer 1 triffst du den echten und bei einer 2, 3, 4 eben. Und wenn du, wenn du ein Critical Success hast, aber ein Image treffen würdest, zerstörst du das Image und dein Roll bekommst stattdessen ein Success. Und was ist eine 4? Eine 4 heißt, du zerstörst ein Abbild und jetzt musst du nochmal normal Success Damage würfen, weil das kein Critical Success war, wegen der Mirror Image. Okay, Moment. Der hat jetzt nur noch zwei Abbilder, der geht ab. Du kriegst gar keinen Damage und so. Doch, Success Damage bekommt er. Als Critical Success. Das heißt, ein Abbild ist kaputt und der normale bekommt 36 Schaden. Sie. So, Ray, geht's. Go. Gut, ich mach wieder meine Keyform, das heißt, ich leuchte wieder golden. Fliege jetzt in einem knappen 5 Feet drüber, sozusagen, an allem vorbei. Und steppe danach mit meinem Winding Flow. Kann ich jetzt die Trap besser sehen und werde ich trotzdem gestunnt, obwohl ich drüber fliege? Nein, du wirst nicht gestunnt. Okay. Kann ich irgendwas an dieser Trap erkennen, nachdem ich direkt daneben stehe? Ich sie entschärfe. Ja, also mit Okkultismus könntest du den Fluch lösen. Mit Seabury könntest du das vielleicht aushebeln, irgendwie. Ist das so ein Disabled Device-Geschichtel? Du musst aber Legendary sein. Bin ich. Dann schauen wir mal. Aber das kostet zwei Actions, die ich nicht mehr habe. Dann habe ich nur noch eine Action. Dann greife ich den unter mir an mit einem Flurry of Blows. Und bin fertig. So. Die Falle ist dran. Dann rollen einmal der Bär und einmal Serra einen D4. Der Bär ist Quickened für eine Runde. Und Serra ist Slowed für eine Runde. Der Bär ist sehr schnell und Stunt gleichzeitig. Baron. Zuerst einmal. Du stinkt, Baron. Mach mal freudig, du zählst. Wollte ihr sowas sagen. Also zuerst einmal stinke ich natürlich. Das heißt, hallo um mich herum. Hallo. 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 Ich glaube, ich habe schon zehnmal drauf gedrückt. Zu viele Token zu machen. Das Spiel kommt nicht klar. Wahrscheinlich, ja. Ihr macht um mich herum ein Foddy zu zählen. Start its turn. Achso. Na gut. Dann müsst ihr das ja nicht jetzt machen. Gut, meine Viecher fliegen erst mal hin. Dann caste ich für zwei Actions. Äh, was für ein Level ist das? Level sieben, richtig. Ein Level sieben Blamedancer. Auf Sabber Maul. Und Sabber Maul hat eine Action noch. Und fliegt... ...na vorne. So, dann... ...liegt... ...sabber Maul noch weiter nach vorne. Und greift diesen Geist ein. ...nein Sabber Maul. Nein, Sabber Maul. Ich tanze dich an. Die Balle triggert auch nicht, wenn er einfach drüber läuft jetzt, ja. Okay, gut, ich tanze dich an. Ups, hier. Hat dich nicht ausgewählt, aber es reicht wahrscheinlich. Und dann will ich, dass du hierhin steppst. Ich kriege Panache. 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 Dann... ...auf Finch dich einfach mal. Und zwar mache ich Bleeding Fincher. Bleeding. Bleeding. Ja. Ich vergesse immer wie das geht. Da oben hier. Da auswählen. ...attack enemy... ...from... ...attack from enemy reaction... ...to move... ...wenn das... ...das ist es nicht. Das treffe ich nicht. Pum 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 pum. Sechste, sechste, aber die... ...sind Bleeding. Da, was zahlte ich selber machen, oder? ...opportune backstab ich hier noch. Ich steppe weg. Ihr bemerkt, die kommen hier fast überhaupt keinen Schaden. Wie bitte? Ich stehe mal mit Spirit Damage. Dann... ...wenn du dich schon so schön ansagst... ...mit einer... ...Gratis-Aktion mache ich einen... ...erste Schwindel. We call knowledge. Das darf ich versuchen. Ist das ein Religions-Schaas? Ein Kultismus oder Religion, ja. Ah, okay. Ich sehe gerade, ich muss Experte sein, dass ich nicht bin. Also... ...komm man dort zurück. Okay, und dann... ...ähm... ...ja... ...druck auf die Kultus. ... ... ... ... ... ... Schlange, kein Attacke, Rappen mit dir? Nein. Hat's ja gemacht. Warum sind die eigentlich schon? Ich habe meinen Fake-Reaction-Charge schon gemacht. Wichtles hielt 5.145. Ne, die waren nicht voll. Ich weiß warum. So, der macht natürlich genau das gleiche. So, jetzt habe ich aber alle. So, mit der letzten Runde, also wenn Timestop weg ist, kann ich dann nochmal eine Action machen? Bist du da rüber? Das kostet 3 Actions, dann kriegst du 9 Actions und dann ist es erst weg. Genau. Zwischen, das ist ja ein 3-Action. Wenn er hastend ist, kann er da mal striken oder striden, auch durch die Quick-Reaction, oder? Aber das kriege ich ja erst in der nächsten Runde, oder? Nein, nein. Ist das, ja? After each set, one round passes, steht da. Na, wer kann ja eh nicht haben. Er kann halt striden. Ja, striden, ja. Muss ich auf der Plattform stehen, um etwas über die Falle herauszufinden? Muss direkt daneben stehen. Oder halt näher dran, habe ich gesagt. Ja. Okay. Dann benutze ich einen Fokus-Point, um mich dann in Flammen zu hüllen. Alter. Das geht jetzt 10 Minuten. Und das war meine Runde. Bruder Knochenruhe. Bruder Knochenruhe. Bipipupu. So, Entschuldigung. Ähm. Wie noch muss ich dran stehen, dass ich ein cooles Check machen kann? Wollen wir das noch nicht rausgefunden? In diesem inneren Ring. Haben wir nur einen inneren Ring. Und dann. Und dann. Und dann. Jolo. Gehen wir da mal dran. Und dann. Und dann. Die Runde. Besser. Echt auch nicht. Wirklich. Schade. Legendary 18 ist schon hardcore. Aber 0 Int. Strong. So, was mache ich denn gemeines hier? Pipipopo Was willst du von Pipipopo? Von Pipipopo will ich erstmal Ist ja ein Worldsafe, oder? Ein Pipipopo? Pipipipi Okay Dann bist du Stand 1 Und dann Ist das ein Wretched Okay Bewegen wir uns hier hin Und er greift Pipipopo an Pipipopo Bravo Bravo So, du machst einen Worldsafe wieder Okay Schlangenmann Sieht gefährlich aus Paralyse Paralyse auf Schlangenmann Success, auch du bist der Stand 1 Das ist so scheiße Pipipop Wer fehlt dich? Oh wow Stimmt, du hast so eine asoziale Erzählung Ich bin Wo hin? Bunny Mein Wert ist ja Quickend Kann eine Quickend Action Von dem Stunt weggehen Oder nur die normale Action Wisst ihr das zufällig? Normale Action Okay Ähm, dann gebe ich ihm eine Action Und dadurch bekommt er zwei Oder? Dann ist das Stunt weg Und da kann er zumindest Dann kann er Geht er hin? Okay Er geht einmal hier hin Okay Und Mit meinem Bogen Werde ich noch auf mein Ziel Schießen Knapp Knapp Okay Wann weiß ich das jetzt? Ja, das war's schon Weißt du, wie das bei Companions tatsächlich ist? Weil an sich steht ja Stunt So viele Actions Wie du reingibst So viel Stunt Verlierst du Ja Und die Action hat er zwei Und sie ist dann drei Er hat ja in der vorigen Runde In der vorigen Runde hat er ja auch nichts gemacht Weil er gestunt war Das war ja schon eine Action Achso Er war ja direkt am Anfang gestunt Dann hat das Diese Runde begonnen Dann hat er nichts gemacht Und jetzt hat Das wär's mir nicht Das ist mir an sich gewurscht Ja, die bei Runde eins war ja schon so drin Gut Dann, ich weiß nicht, ob die Falle Schaden bekommen kann Aber an sich gibt's um mich rum eine Corona Von 2d6 Damage Spirit Damage Und Feed um mich rum Dann hab ich nur noch eine Action Ja Dann raise ich mein Shield Weil ich Slowed und Stunt war So Wollt ihr alle einen D4 würfeln? Alle die drinstehen Gerne Macht man links nach Heiflis Na geh Bin wieder Slowed 1 Ja man, ich bin hastig Junge Kickhand So So Na dann Alle mit einer 1 Sind Slowed 1 Für eine Runde Alle mit einer 2 Ist jetzt gar nichts Haben wir eine 2? Ne, ne? Ich hab 3 1er Ne, wir haben keine 3er Ne, wir haben keine 3er Ok Und alle mit einer 4 sind Quickhand 1 Für eine Runde Beep 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 Beruhen Den eine Vieh ist ja nicht laut Zwei Actions habe ich, dann caste ich mit Zubbermaul, mit Zubbermaul caste ich auf Level, was ist denn das? Acht? Acht ist es ja. Und ich nehme einfach als Target den hier, das ist ok, kriegt er diesen Damage. Die Hälfte. Du bemerkst, auch da. Und die Clown von Zubbermaul blitzen plötzlich auf die ganze Zeit. Und eine Action kann ich noch mit Baron machen, weil Act together und so. Und der Baron bewegt sich glaube ich tatsächlich nach vorne ein bisschen. Nein. So. Der Baron selbst tritt auf die Plattform hinter seiner. Das ist ja krass. Ah ne. Die Hälfte seines Movement Spiels. Da ich 55 habe. Ich gehe locker hin, Mann. Und gleichzeitig natürlich mit dem Akrobatik-Check. Jumpt hin, macht Pirouetten, tanzt. Das schwammelt, Mann. Aber es ist so rhythmisch, Mann. Gubinor wäre stolz, Mann. Und der Typ weiß nicht was passiert, Mann. Ich kriege Panache. Stehe jetzt neben ihm. Ich bin der Typ. Er ist leicht verletzt. Er ist leicht verletzt. Er ist leicht verletzt. Aber plan. Finish, finish, finish. Dann mache ich Targeting. Und ich sage an... Ja, stimmt. Mh. Ich mache so viele Spelz. Ich mache viele Spelz. Ich greife mal an. Hm. Schwierig. Was man hier stubgefeiert oder entfiebelt. Was ist besser? Ich bin sehr zaubernd. Einmal haben sie geschossen, Mann. Hast recht. Haben sie gezaubert. Stubgefeiert. Stimmt. Ja, aber da hat nur noch einen. Ich war auch stubgefeiert. Ich aime genau auf seinen Kopf, Junge. Ich trage das hier oben dahin. Ja, lieb. Ich trage ihn. Jetzt greife ich ihn. Bam. Aber ich mache einen D2. Und du triffst das Mirror Image doll. Das ist ein Mirror Image. Das heißt, ich wirfle nur normalen Schaden. Ist das so? Und eine. Ich darfst den 55 Schaden. Was auch immer. Ist auch nicht vergessen. Ist eine Code Iron Waffe. Aber wenn du darauf drückst, ist es wahrscheinlich egal. Und dann ist er Stubgefeiert 1 für ein der Tagesüge. Da gibt es Stubgefeiert 2. Ein Riesenaffe mit Null Stärke. Ja, ja. Ist halt fett nur. Ich bin halt ein Schwach-Bugler. Und dann kann ich noch... Fünf Fuß... ...Move? Ja, nur der Rogue, glaube ich, seinen Damage mit... Ja, nur der Thief-Racket, glaube ich. Kann seinen Damage mit Decks verheben. Ich kann den mal fünf Fuß move nehmen. Kann ich immer mit dem Battledancer. Richtig. Genau. Dann stehe ich neben ihm. Das gehe ich weg. Das letzte Action. Dann tanze ich ihn an. Äh... Oh, ja. Oh, ja. Da kommt der von der Schussplattform. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Das ist richtig kompliziert hier. Funktioniert. Und dann auf 8. Easy. Nice, Alter. Da was ein Tänzer. Pipipopo, Alter. Da brucht er jetzt. Tausend Jahre hat er nicht mehr gekämpft. Aber es geht immer noch. Wie schneller ist, obwohl es so fett ist man nicht. Die Magen in seinem Körper, Mann. I'm shifting touch. Pipipopo. Alter. Halt, stopp. Das ist ein critical miss. Das nutze ich aus. Ich mache einen opportun riposte. Und so mache ich einen normalen Midi-Strike. Nice. Pipipopo, Mann. Pipipopo, Mann. Dann machen wir einen Mirror-Image-Dings. Ne, der hat keinen Sinn. Der hat keinen Sinn mehr, Junge. Zwei Crits hat er bekommen. Der hat keine mehr. Vorhin hat er dann alle zwei gerollt. Also müsste jetzt neu sein. Bei einem Fail geht auch eins weg. Wenn man das Treffen würde, das Image. Ah. Der hat keinen Sinn mehr. Pipipopo. Nur wegen Duelling. Pär, aber echt. Nein. Hallo Basti. Richtig viele Gemeinheiten haben die. Ich habe den Mönch getroffen. Stolz. 28 Damage auf die Schlong. Und du machst einen Roll-Save. Danke für den Prime-Sub, Sarah. Danke für den Sub, weil du musst trotzdem den Schaden nehmen. So was passiert hier? Will you save? Du kriegst 28 Damage. Mental Damage. Und genau. Was passiert? Was passiert? Succeed. Orbeca. Okay. Oh je. Melee strike. Wtf. Ich strecke sich seinen Arm dann. Oh, das war der falsche. Aber ja. Er hat sich fehlt. Er hat sich fehlt. Also ich fliege dann nach vorne, steige mich dahin. Und dann versuche ich etwas über die Falle herauszufinden. Okkult Legendary 50. Jawoll. Yes, yes, yes. Du fängst an so die ersten Dinge über dieses magische Konstrukt quasi zu identifizieren. Und du kannst dir gut vorstellen, wenn du das noch zweimal schaffst, dann ist der Fluch gelöst. Dann konzentriere ich mich nochmal da drauf. Das reicht leider nicht. Das reicht leider nicht. Na gut. Dann gebe ich weiter checken. So, ähm. Kann ich? Also was ist die Entfernung, in der ich... Wobei, warte mal. Ihr kriegt ja einen Bonus, ne? Eine Sekunde, so. Das ist eins. Nein. Keine Range, muss nur sehen. Muss nur sehen, ok. Und wenn ich das jetzt gegen einen von diesen Zeitgeister mache, zählt das dann gegen alle Zeitgeister, weil sie dieselbe Kreatur sind? Ne, leider nicht. Schade. Es gibt zwei unterschiedliche Dings. Na genau, ihr kriegt plus eins auf die ganzen Checks. Ich kann es euch ja ansagen, ihr braucht dann eine 47. Also, nur noch einmal dann, oder was? Ne, das war schon ein Fail. Das war schon ein Fail. Achso. Du musst eine 47 holen. Ja, plus eins hätte er ja 47 gehabt. Stimmt. Ja, der Check ist 48. Ja, passt doch. So eine 47. So eine falsche 47. So eine falsche 47. Okay, dann... Exploit Vulnerability? Ich brauche eine natural 20. Du wirst wie übrigens. Glaube nicht mit 46. Wieso, glaub nicht, meinst du? Warte, das war jetzt... Achso, ich dachte du musst Exploit Vulnerability. Nein, nein. Dann könnte ich auch machen, aber... Okay, also, keine Vulnerability. Willst du keine Vulnerability? die falle ja bei dem jetzt die falle aber bringt nichts dann machen wir sehen gratis feed am exploit vulnerability gegen den leicht verletzten wir machen einen check das ist ein success das ist in der tat ein success und dass die hier keine okay das ist interessant jeder der von dir angegriffen wird hat auch jetzt dann plus 1 ac du kannst ihm ja jetzt eine weakness geben also du kannst dir was aus deinem esoterik beutel ausdenken und ihm dann halt eine weakness packt also irgendeine waffe hat er jetzt weakness ich kann jetzt irgendwas ich kann jetzt sagen er ist jetzt wie ging es zum beispiel ist aber ein element sein du erkennst hat seine schwachstelle es könnte auch ein wunderpunkt einfach sein schlag ihn in die weichteile vielleicht sehe dass ein gürtel ein bisschen offen ist dass er sehr schüchtern sein könnte müssen die next pause aber dazu später mehr holt der cliffhanger mann treffer auf den bruder aua du machst auch einen world safe darin bin ich gut ja das ist doch anscheinend sehr gut alles so schön geklappt hat vielleicht noch kack 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 wieder eine world safe ich hab voll und ein letzter world safe ist das 50 schon dadurch nicht 100 das sind nur 50 und nein wir sind kannst du nochmal posten oder ich drücke auf der umlauf ok passiert nichts ok passiert nichts ok 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 du bist geflogen und schlägt dich 50 70 damage du bist gerade am klo kannst du es vielleicht eintragen stimmt ja ich mach einfach den schaden drauf so und dann macht er auch die fähigkeit habt ihr glaube ich noch nicht gesehen ok ist mir egal so jetzt zurück sagen dass du wieder da bist und bunny ist dran wieder da was hab ich gepasst oha du ist gehauen du bist Damage bekommen Der hat aber noch 2 oder so noch, gell? Ich hab dich gezählt, du hast... Ja, du rollst ein D6. Moment kurz, wenn man mich mit einem Mini-Strike tritt, kommt man Damage. Weil ich brenne. Ah, ok. Das stimmt. Und wie viel? Ein D6, hast du gesagt? Äh, Moment kurz. Ich muss den Spell dazu gucken. Na, das sind doch 3 D6, ne? Guck mal, wenn du oben rechts hast, du ja deinen... Deinen Spell-Effekt mit der brennenden Frau und das kannst du dann direkt auf 3 D6 drücken. Oder so, wo ist das denn? Ja gut, das ist mir ziemlich egal. So, ähm... Ich hab ne 3 bei dem 1 D6. Ich hab ne 3 bei dem 1 D6. Du hast ne 3 gewürfelt. Eine 3 E? Ein 4. Dann normaler Damage und die Hälfte. Oder wie ist das dann? Normaler Damage einfach nur. Okay. Das ist immer noch ganz gut. Welchen hattest du angegriffen? Ähm... Ähm... Der, der in der... Der, ähm... In der Liste ganz oben ist mit 55. Und ich hab ähm... Hat das eben verwendet. Das waren schon 2 Actions und ich gebe eine Action meinem Bär, weil er ist ja geslowed. Und das sind dann bei ihm 2, oder? Dann kann er hier hinrennen und einmal draufhauen. Das ist so viel. Gut, zum Start meiner Runde macht man meine 5 Foot Emanation Aura 6. Äh... Was hab ich gesagt? Spirit Damage auf Wes, weil er bei mir steht. Oder sie. Oh, auf Allies auch? Auf Creatures steht nur da. Ach, geil. Der neue Ogun. Der neue Ogun, ja. Mit einer Action kann ich das auf 30 Foot Emanation erhöhen. Ja, dann wär ich der neue Ogun. Äh... Und dann versuch ich dieses Device zu disablen. Mit Disabler Device Action. Und meinen Fever Check. Du musst ja, du musst ja... Ne, du musst nicht Disabler Device machen. Mit 2 Actions. Du kannst auch ganz normal eine Action. Ach so, dann hätte ich das letzte Runde auch schon machen können. Egal. Jetzt mach ich's mit einer Action halt. Aber ich verweite mich hoch genug. Wenn ich's mehrmals versuche, hab ich's dann schwerer? Äh, nö. Dann mach ich's einfach noch einmal. Mit einer 43. Dann war's das schon wieder. So, jetzt geht der Spaß wieder los. Also besser geht's nicht als Legendary und Dexix. Also was Maximum. Ihr würfelt alle einen D4. Und da Berliner euch ja darüber erzählt hart, wie das hier funktioniert, kriegt ihr alle plus 1. Ich auch, ich steh nicht drinnen. Das heißt, wenn man eine 3 würfelt, hat man eine 4 oder was? Ja. Geil. Das heißt, alle die eine 1 haben, denen passiert gar nichts. Alle mit einer 2, die sind, äh, concealed für eine Runde. Und alle mit 4, äh, mit 3 oder 4 sind Krickens. Los. Ist die Falle sogar gut für uns. Hm. Dann wird sie das aimen. Jetzt höre ich auf zu müssen. Jetzt wird der Game uns das erzählen. Mit der Game. Barone. Und dieses komische Vieh flattert erstmal hinter ihm. Hallo Jack, danke für den Follow. Dann benutze ich 2 Actions, um einen Spell zu casten, der 2 Actions kostet. Das ergibt Sinn. Das kostet 3 Actions. Aber ich bin quick und zack, zack, könnte gehen. Ja, ich raste aus. Der Baron ist jetzt richtig sauer. Ich wollte es noch nicht machen, aber da der Kampf schon so lange geht. Der Baron fängt plötzlich an. Der Kampf geht 18 Sekunden. Ja, das reicht nicht. Reicht der Baron trotzdem. Er rastet aus. Das dauert zu lange. Ich gebe es auch um. 16 Sekunden. Der Baron. Ihr seht nur diese kleine Ratte, die immer größer wird. Immer größer wird die kleine Ratte. Gary Genshin ist von der Geräusche. Ja. Kaiju. Warum ging es? Kaiju. Godzilla-Ratte, oder? Das packt voll, das ärgert nicht richtig. Jetzt nicht größer. Der Baron wächst und wächst. Nur in die andere Richtung. Und mit einer Action fliegt auch Sabamol weg von dem Baron. So. Und der Baron ist riesig geworden. Die kleinen Flügel können ihn gar nicht mehr tragen. Er fällt direkt zu Boden. Und dann holt der Baron aus mit seiner riesigen Klaue, die er nun hat. Und schlägt auf dieses Dicken. Ich nehm ihn hoch. Die krassesten Blutverhältnisse. Ja. Und ich schlage. Eine riesige Klaue kommt runter und versucht diesen komischen Geist zu zertrampeln. Und er bekommt 37 Slashing Damage. Ah, Moment. Du musst würfeln. Der hat nämlich noch all seine Images. Nein, hat er nicht. Ich frag dir da nicht drauf oder was ist los? Keiner getroffen ist. Jawohl, der Baron weiß genau welcher der echt ist. Heißt das denn, dass kein Image verschwindet? Once an image is hit. Ja. Dann behält er dich. Sollte das denn nicht sogar 30x30 sein? Feijo? Ja. Ich weiß. Jetzt ist da 20x20. Das geht nicht größer. Warte, ich probier's noch größer zu machen. Wenn ich mit der Maus drüber fahr, ist es ja noch größer. Also dann ist es 45. Das ist komisch. Du hast deine Aura? Du hast meine Aura eigentlich. Okay. Eine Maske. Warte. De 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 De. Dr. Sprintet hinter ihn, Blitzschnell. Habt ihr noch nicht gesehen. Und sticht auf ihn ein mit einem Finisher. Aber nur welchen. Ich hab' zu viel Auszahl. So lauf bluten. Leben vielleicht verletzt Ich mach den Bleeding Finisher Damit er blutet Okay, dann nur für D6 Blute! Alde D6 muss doch nochmal Wieso? Ne, der hat keinen Modus Kein Symbol oben von mir Doch, aber das ist so in dem Kreis drin Ne, der tut da Ach, Menno 1D4 hat 1D4 1D6 1D6 Warte, ich hab den verstanden, wie bleibt denn der noch? Das trifft nicht Wie jetzt? 1D4 oder 1D6 1D6 und du brauchst mal Ja, was man kriegt, dann kriegt der normalen Scheiß, oder was? Dann kriegt der normalen Damage Upsi Wie, wo? Wie, wo? Oh ja, hier Oh ja, wo ist es? Da oben, Damage Da ja schon wieder Das ist alles so lang Hier Das ist alles so lange, dass er das letzte Mal gekämpft hat Das ist halt wirklich so Das ist echt so Total in character So Ah ja, okay, gut Passt Er hat keine Mirror Images mehr Oh, wir haben noch eine Action In dieser letzten Action In dieser letzten Action wäre die ich Ich versteh nicht, wieso das nicht Das ist so schlecht gemacht Kann ich das posten? Ich will das posten, ja Aber es ist falsch, denn ich mache das hier Das heißt, ich mache Performance Alter, man Das ist nicht das Performance Das ist ein Scheiß Hier, Performance Ja, ne, egal, du weißt, was ich meine Ich würfele Performance gegen den Will-Disi Uff, das ist bitter Was ist den Will-Disi? Das ist ein Fehl Bla, 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 bla Ist eins eingerechnet von Berliner? Ja Trotz dem Bail Spaß Jo, du steppst Einmal nach vorne Woll Pipipupo Halt, stopp Steht da drinnen, dass sie mich flanken Denn Da müssen wir gucken hier Flank dich, aber er trifft dich Egal ob Egal ob Wir fragen, welches Level die sind Wenn die auch Level 19 sind, können sie mich nicht schlenken Das sind Level 17 Können sie mich nicht schlenken Weil sie nicht, wieso das nicht eingetragen ist Oder ist das sicherlich nicht Eigentlich hab ich 44 und da steht 10, das ist also ok 42 Trifft trotzdem Ja Hast du außerdem einen Will save Pipipupo Schade Der Der Scheint recht leicht zu sein Mein Master ist schon mächtig Ich hab mal 6 Ich hab mal 6 auf Nein Nein So Bernhard ist einzigartig Der ist doch vorhin schon mal gestorben Jawoll endlich Das ist das einzige was ich wollte jetzt nicht zufrieden Du bist Ja Bernhard verschwindet für Eine Runde Eine Runde Wie er verschwindet Er verschwindet Okay Dann überlebt er vielleicht Bin ich hervorragend Das arme Tier Komplett verwirrend Erst gehts auf ne Plattform mit gestunnt Dann wirds beschleunigt Jetzt ist er weg Scheiß Tier weg endlich Genau so ist es Sagt der Typ mit 16 Viechern Wer ist das drin? Hey nur 3 sind grad da ja Der Korgi muss ja auch gleich hin Ja ich konzentriere mich wieder darauf die Falle zu entschärfen Es hat nicht geklappt dann konzentriere ich mich weiter Jetzt hat's geklappt Jetzt hat's geklappt ja Jetzt noch einmal Schach die Falle hilft uns Ja aber ich glaub irgendwas mit den Geistern hat das zu tun Believe in yourself Jawoll Und er hat es geschafft Damit ist das Time Rift deaktiviert Die Viecher sind weiterhin da Die Viecher sind weiterhin da Ja Sind sie schwächer Hoffentlich Ansonsten war das nutzlos Ja hat uns nur geschwächt Aber ich hätte auch weiter probiert mit Disabled Device Knochenruh Bruder 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 Ja Keine Traurig Äh Sie kriegen ja weniger Schaden als sie wie gedacht haben Nicht mal das kann daraus finden warum Das hat ja nichts mit äh Vulnerability oder Weakness zu tun Ja Resisten steht auch Achso steht auch immer Any Unusual Weakness Or Äh Weaknesses Resistences Immunities Ist egal ich will eigentlich nur deswegen auch wegen meinem Bonus Wenn man es keine Wien ist oder dies halt so Äh Bei Intensive Wunability Muss ich noch einmal esoterisch würfeln Nein oder? Das mach ich einfach Und verlier halt einen zu Hallo mein Langton Wargain Glaube ja So das heißt Weil ich einen Crit habe Wir kommen ja auch noch 2 Plus 2 dann auch meinen Angriff Mhm Jetzt muss ich dann nur noch ihn treffen Ohpala Wir glauben fest an dich Der Knochen Danke Äh Wie viele Mirror Images hat der noch? Was soll ich würfeln? Äh 3 Du musst an einen D4 Und triffst Wie viele Piepipupu Hoppala Da sind auch noch 2 Schaden mehr dazu Aber ist egal Ja Jawoll Mann Verschwinde Piepipupu Piepipupu? Verschwinde Piepupu Wie oft noch? Achso ok Wie lange ist er noch? Wie lange ist er noch? Wie lange ist er noch? In ihrer In ihrer Timezone Vielleicht haben sie es am Ende aber gut Das ist halt eine Runde extra Trotzdem ist es Runde 4 Das stimmt schon Was ich glaube er hat es am Anfang gemacht So er macht Cast into time Warte mal Wollen die Warte nicht los Er macht Cast into time Das heißt der Triggers die Attack of Opportunity meines Eidolons Treffe dich mit meinem Eidolons Hab noch Mirror Images Also dafür bitte einen D4 Wie viel hat er noch? Äh da steht 3 Trifft natürlich Deswegen hat er 3 weil er die ganze Zeit trotzdem getroffen Ja stimmt schon Ja dann machen alle einen Fortitude Save Die in nem Cone sind Mh sehr gut Sabber noch ein paar Wochen Ach warum nimmt er das denn nicht? Wenn ich beide markiere und alle drauf drücke So das ist der Damage DC ist 39 Dann hatte ich eigentlich Zeit Die mit einem Success fallen in die Zeit Wie lange ist man da weg? Warte Disappears until the end of your turn Okay Äh was bringt das dann? Egal Ah im Critical Fail Also Wes Creature falls into time When it returns It takes double damage And is sick and spying Okay Okay Sehr gut Und dann schlägt er noch auf Na gut es bietet sich ja leider an Es tut mir leid Kannst weiss ich nicht erkranken Er kommt erst am Ende deiner Runde eigentlich zurück Das ist richtig Ich Triste muss schon an den Runde Und natürlich Sabamall 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 ist auch nicht da Aber mit 39 Verfehlst du auch Carl Zieum Ach hat er auch gefilmt? Okay Ja Ja das ist aber unfair Ja ihr seid dann nochmal hier rein Der ist wirklich unfair Ja das ist echt unfair Ich hab gesagt du triffst auch Carl Zieum damit nicht Der mehr erzählt Aber er hat die Quickhandmann Das ist irgendwie Obwohl er müsste Ja das war mein Viertel Äh mein Viertel Stirb Sabamall Stirb Das ist doch Carl Zieum Achso Kriegste aber auch schon Er macht auch nochmal einen World Save Mit Carl Zieum Ich bin ein Eidolon Wer ist denn Eidolon? Sabamall oder das? Er wäre groß Nein! Das ist ein Fail Das heißt er verschwindet Carl Zieum Nein! Für zwei Runden Nein Carl Zieum Ich hab kurz eine Frage Kann ich mit diesem Skill Mein Hunted Prey Das ist der Mit dem 55er Roll Kann ich den dann treffen? So garantiert Oder eh nicht? Wenn er Concealed ist Wenn er Concealed ist Kannst du ignorieren Aber er ist ja nicht Concealed Oder Okay Okay also das gilt dann in dem Sinn nicht Okay Dann werde ich es normal versuchen Plötzlich erscheint Bernhard wieder Hä? Also er war noch gar nicht dran Okay Egal Ja Das war halt eine Eins Er erscheint halt nach einer Runde Das heißt Okay das war eh die Runde wo er dran war Ja gut Hallo Bernhard Der sieht so aus als hätte er es eh nicht gemerkt Äh was soll ich jetzt rollen damit ich weiß Einen D6 Der hat keinen mehr Er hat eh keinen mehr Oha nice Dann stirb Und jetzt gib dem Bernhard noch Oder auch nicht Dann gebe ich ihm einer von meinen Actions Dann gebe ich ihm einer von meinen Actions damit er nochmal draufhauen und versuchen kann Aber er ist einfach so ein Opfer Man sieht es in seinen Augen Was hat er jetzt viermal draufgehauen? Drei Mal oder? Einer von seinen eigenen Action Achso Hä? Also er hat seine eigene Action verwendet und ich habe ihm eine gegeben und die eine die ich ihm gebe sind dann doch zwei für ihn oder nicht? Nur wenn du Ne Achso Maximal zwei Das brauchst du ihm viermal gewürfelt Er hat Max Hab ich viermal Ich wollte nur Okay Entschuldigung Dann Aber er hat ihn nicht getroffen Ja Oh man Er ist noch im Winterschlaf Calcium Calcium Gut Gut Dann Mit der ersten Action Fliege ich um ihn rum Steppe dann hierher Mit meiner Winding Flow scheiße Oder machen wir es hierher Dann mach ich meinen Flurry of Blows Jetzt wird gecrittet Ein D4 Er hat noch ein Ein D4 Er fehlt Also ist dann ein normaler Normaler Damage Dann machen wir mal Dann machen wir mal Das Damage ist hier Und der zweite Attack trifft nicht Er fehlt aber auch bei einem Mist geht ja ein Mirror Image weg ne? Okay Okay Und mit der letzten Action hebe ich mein Schild Conceal war ich nur bis zum Ende der Runde schätze ich mal Von diesem Fluch Schaß Ja nein vielleicht Anscheinend Anscheinend Ah ja Entschuldigung wir müssten noch die zweite 6 Spirit Damage auf Wes und den Verwohnen Wo ich dort gestartet bin Der neue Urgun ist da man Der neue Urgun ist da man Ich bin mir vor der Leidenschaft Super Saiyajin Den Wichtler nach da oben So wie auch immer er heißt Pipipupu oder sowas Pipipupu Und dann fliegt man Sabbermaul Um ihn herum Und act togethermäßig greife ich dann an Ein D6 Ein D6 Ein D6 Eins bis drei trifft Okay Den falschen Noch eins Dann Hab ich eigentlich Bock das zu machen Gegnern wie fast am Ende Dann Wie heißt der Sabbermaul Ne erstmal Pipipupu Der Baron Pipipupu Lässt einen Schrei plötzlich von sich Oh oh Jetzt kommt zu einer weite Form Na Barode Ne war so hütend ist er noch nicht glaube ich So hütend ist er noch nicht Ich schreie plötzlich Und alle in einem 30 Fuß Enemies um mich herum Kann ich einen Will D.C. attempten Und dann sind sie frightened Ah der andere ist da jetzt so weit weg Legendary Intimidation Das ist leider ein Fehl Ach man Das ist doch gemein Das ist echt Auch mit plus eins durch Berlin ist das okay Moment Plus eins auf Was hab ich gesagt Kriegt die Skillchecks Wir sind es wirklich einfach Stimmt Äh Plus eins circumstance Bonus To skillchecks To disable the hazards So Dann ist er Das ist so bitter Der Baron ist Traurig Und dann greift noch Sabbermaul Mit meiner letzten Action Dieses komische Ding an Jesus Christus ey Wie kacke kann man würfeln Ich Nur 2 und 2 Aber trotzdem Ist das letzte Mirror Image damit weg Bipipopo fasziniert Den zwischen Bernhard Und die Macht eine Performance gegen den Willi D.C. Was soll das Äh passt genau Perfekt Junge Dann ist er fasziniert Und ich krieg einen Parash Der linke oder der rechte Der zwischen Bernhard Und mir der schwer verletzte Und ich habe Parash Mit Parash Werde ich ihn jetzt fickern Indem ich Liefel Wo ist es Wo ist es Wo ist es Gib mir das auf den Sack Ja Liefel Finisher Ja Und ich sage Das war nämlich falsch Nur den Precise Strike Wird dann nicht addiert Man muss sich dann wegmachen Das heißt ich greife den jetzt einmal an Und sage ich würde den dann wegmachen Den Jesus Strieker Und wieder rollen muss Das heißt ich greife jetzt So Ich greife so an So Das heißt ich wirfe jetzt mal einen Schaden Und ich nehme Precise Strike weg Boom Dann kriegen wir den Schaden Alles was da dabei steht Und Slowed 1 Also Fortitude Save Muss er machen Okay Ja Also Frighten 2 Und Aufgaben Und das ist dann das nächste Turn Aber ist ja scheißegal Und jetzt macht er einen Fortitude Save 41 Komm Das ist ein Fail Und das heißt Die kriegt 12 6 Precision Damage 12 Die 6 Normal 42 Precision Damage Hallo Und wo Was ist das für ein Damage Strike Precision Damage Ist Precision Damage Precision Damage Precision Damage Klebt er noch Lebt er noch Lebt noch, ja Ok, gut, dann werde ich Wechseln Tumble machen Da ist dann meine Frage. Da steht, wenn ich durch mehrere der Range laufen von den Leuten, muss ich für jeden würfeln. Das heißt, wenn ich dann nur für einen Success habe, kriege ich dann Panache? Oder wenn ich bei einem nur Fail habe, kriege ich dann kein Panache? Das ist die Frage. Was? Keine Ahnung. Auf Each Vow. Ich glaube, du brauchst einen Success. Ja, das heißt, es ist eigentlich immer besser, wenn ich mehrere auf einmal nehme und dann kann ich öfters rollen. Dann roll ich einmal, wenn er eine Success hat. Dann tumble ich through. Hälfte Speed. Drei Leute. Ja, wenn du einen Fane hast. Ja, ich muss eigentlich zuerst Empathic Cell checkrollen. Gegen ihr Reflex DC. Seine Reflex... Ja, ist ein Fail. Uff. Pall. Dann Trigger... Dann Trigger des Reactions? Oh, ist... Egal. Ich krieg keinen Panache. Das krieg keiner. Der Wichtler. Der Wichtler. Der Wichtler. Das ist nicht so... Also wieso habe ich... Ich habe hier komischen Breathmark... Okay, whatever. Es wird Zeit, dass ich noch wen aus dem Spiel entferne. Und nicht den Wichter. Und nicht den Wichter. Sondern gleich den Wichter. Ach komm. Und nicht den Wichter. Kann ich in meiner Runde... Guck mal, da steht, dass ich in meiner Runde nochmal ein Wildsafe machen kann. Und dann kommt es eventuell wieder, das Tier. Das ist richtig. Das heißt, ich war ja eben dran. Da hätt ich ja mit Halcyum nochmal Wildsafe machen können. Äh, das ist richtig, ja. Garno? Kannst du ihn mir reinziehen? Dann kann ich da ihn auswählen. Also der steht ja wahrscheinlich. Da kannst du ihn wieder erscheinen lassen. Danke. Calcium. Da ist er wieder. Teilt sich jetzt aber ein Feld mit etwas anderes. Hier ist... Ähm. Genau. Der steppt runter zu Bruder Knochenruhe. Aua! Mit dem 25 Damage. Der Bruder macht eine Wildsafe. Natürlich. Richtig krasser Bruder, man. Der hat mich auch angegriffen und ich habe gegen ihn gedingst. Seine... Der hat mich... Nein. Eingriffen ist ja nichts. Aber er hat sich gemoved und er ist gesteppt. Ist ruhig. Aber da steht eigentlich, leave the square during move action. Ja, aber Step stelle ich so dabei, er produziert keine Reactions. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Der Bruder wieder am Cheaten. Da gibt es noch eins aufs Mord. Zum Beispiel. Wenn er nicht das quer leave, sondern nur nach oben geht. Und nochmal Bullshit. Der Bruder, Alter. Aber wenn man einmal ist, er sieht, ist man doch eine Minute. Ich bin immun gegen eine Stunde, ja. Eine Stunde. Ah, okay. Ja, dann... Fuck you und 31 Damage. Aua! Ich habe meine Arbeit getan und die Falle entschärft und jetzt teleportiere ich mich weg. Fuck this shit I'm out. Und zwar... 120 Fuß weg, ans Ende der Map. Ja, okay. Feindling! Kämpfe! 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 Ich wundert mich gar nicht, dass Kubinoe gestorben ist. Besser den Witzlösen. Ha! Ich habe so das Gefühl, Wes wird mich so wirklich akzeptiert. Wo wir angucken. Ich... 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 Ich nehme mal einen Zip von meinem... Chellis. Der aussieht wie eine Spritze. Und spritze mir damit in den Mund. Teile mal um das. Das ist eine manipulierte Action, by the way, falls der mich angreifen kann. Kann man nicht. Sehr gut. Dann... Mache ich noch einmal... Intensifying. Das ist eine Free Action. Das heißt, ich kriege dann wieder plus zwei auf Dinge. Das ist nicht irgendwie zum Anklicken. Das ist nervig. Dann rufe bitte mal einen D4. Ja... Mach ich. Schade. Das verfehlt leider. Das dürfte dann einen von seinen Dingern. Ein Image verschwindet. Ja. Ja... So... Ich habe... Dings... Das ist eine Free Action. Okay. Dann rufe mal bitte 1 D6. 1 D6. Das verfehlt leider. Okay. Uh... Obwohl ich verfehle, aber weil ich ihn ja exploite... Zieht es, wenn er trotzdem zu ihm kriegt, heißt das kriegt er trotzdem Schaden. Auch wenn ich seine Dinge jetzt treffe. Ja... Brauchst du das nochmal? Ja... Warte... Weil es ja eigentlich schon trifft, aber halt... Ja... Ein anderes Ziel. Was ist da? Ähm... Die D1 Damage auf 2 Weapons... Blablabla... Ja, nein, ich habe ja die... Ein Fail, aber du hast nicht gefehlt. Aber du hast nicht gefehlt. Also, ne. Geht. Ja, ja. Jader, wenn du die Interruption benutzt... Also, nur bei der Reaktion, nicht bei jedem Hit. Das scheint... Nein, nein, bei... äh... Debt Benefit. Achso. Ja, das meine ich doch. So... Ah ja, wenn du die Intervention benutzt. Okay. Bei der Reaktion. Ja, ja. Dann machen wir doch auch mit dem hier mal. Er ist fascinated und so... Kann ich Concentrate Actions machen... Blablabla... Ne, Mann, geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Faszinated. Oh. Faszinated. Er muss dich angreifen, oder wie? Ich habe ihn halt angetanzt, man. Keine Ahnung. Ob er es geil fand, oder nicht. Aber jetzt muss er was dagegen tun, oder er ist immer noch... Faszinated. Paszinat... Ihr könnt Sie Concentrate Actions... Depersinated... Depersion... 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 das war ja nur noch nicht theoretisch. Nur wenn du irgendwie... Wenn sie Concentrate schnirrt... Öhm. Oh, passt doch oder? Ja. Ja. Kassengetanit Concentrate... Der Devare Tank hier, ne? es ist konzentriert aber wenn du ihn im visier hast geht's schon oder nicht ja genau das ist superfeld ist der mage taunt superfeld geht ja ein paar runde weg oder stimmt ja fasziniert doch weg wenn der creature uses hostile actions against you or any of your allies ja ich war ja noch nicht drin hat er den namen noch nicht das ist zu befeilt weil er ist weg das heißt er trifft trotzdem und es ist ja von half damage der bär bitte noch der bär ist wieder weg der bär der bär der bär ist weg der bär ist weg der bär egal machen wir das ja wir wissen heute wissen wo wir da ist oder nicht das ist da kommt ja eh wieder da kriegt er nur damage um sie kommt drauf an jetzt kann er uns nicht angreifen wenn wir nicht da sind ne es geht nicht das stimmt ist auch wieder weg dann kann man ja erst Ende deiner Runde wieder und kriegt alles den Schaden das heißt wir sind jetzt nicht da das heißt wir sind jetzt nicht da bis eine Runde vorbei ist also ich vergesse mal dass Success auch weg schickt mhm gut in dem Fall das waren zwei Agents dann geh ich halt der Wichtler die Wichtler alle ich bin für den Sonnenstall vernichte alle die tieren schwer verletzten wie ich glaube man das hat er getan ein erwischte so sitzt er aber nicht gut er hat auch nichts mehr karl ziehung ein richter das ganze feld karl ziehung hat immer ac als der wichter deswegen trifft es karl ziehung so hast du überhaupt so viele tier um die afrika warum ist es nervig und der sie dann immer angreifen muss jeder attacke hat 20 selbst ich gebe meinem bär eine attacke so soll ich doch da hinstellen dann ist ja verlangt der wichter und der bär arbeitet nicht zusammen aha der bär ist ja nicht mehr upgradet wie mein wichter sorry mein hund hat gerade ein spielzeug eingeschaltet das war ja schon mein turn du solltest dazu fragen dass das ein hundes spielzeug war der vor mir hat keine mirror images mehr ist das richtig äh keiner hat mehr ich werde den damage nicht nehmen ich weiß nicht wie es automatisch rollt aber stattdessen mache ich keystrike und darf dann einen flurry of blows nämlich machen okay ja gut die 10 kriegt er jetzt trotzdem noch dazu das wird ja nicht oh ja wird doch eingerechnet schau keystrike und der zweite tag das ist nett und das eine zweite und dritte mache ich wieder dieser shield cause why not und fertig und sabbermaul beginnt zu zaubern und zwar wie der körper von sabbermaul und zwar wie der körper von sabbermaul und zwar wie der körper verändert sich plötzlich in eine metallartige substanz bügel sind so schwer als fällt zu boden aber das ist egal vrk und die corona macht noch 2-6 schaden auf den mage und das vie limitations Was ist das für ein Schadenstyp? Spirit oder so ist das? Und wenn er selber mal zaubert, kann ich mit Act Together treffen Und genau das tue ich auch Der Baron, diesmal mit seinen schafen Zähnen, versucht er diesen komischen Zeitgeist zu treffen Der Hut ist auf Der 44 Piercing Damage nagt er an seinem Kopf Ich verwende wieder meinen Operation Backstab und schlage auch nochmal drauf Krank Und dann, Sabbermaul darf auch nochmal zuhauen Mit meiner dritten Action Mal gucken, ob es funktioniert Ob der Schadenstyp auch höher ist Ich guck mal erstmal... Das kannst du ja nicht erzählen, wieviel Ich würfel mit zahlen, weil wir nur 3er Ich glaub die haben 39 AC So, dann kann ich noch einen meiner Animal Companions befähigen Und das wird sein Calcium Und das wird sein Calcium Der einfach mal auf den Typen drauf schlägt Willst du mich eigentlich verarschen? Ich würfel so ab Konti schlägt Ich würd' dann bis zum nächsten Mal Ich würd dann nicht bis zum nächsten Mal Ich würd dann bis zum nächsten Mal Natürlich richtig schön tanzen Aber ich kann das nicht Das ist ja noch ein bisschen höher als 26 26 26 26 Ja plus 10 Oh ja das ist ein Fail Das war ein Fail Das ist nicht gut So mache ich es noch und mache ich will Das ist kacke Mh Wenn ich eben will Fasziniert Da muss ja nicht der stehen der neben mir steht oder? Steht nichts Steht nichts dass ich den neben mir Fasziniert muss oder? Das sind wahrscheinlich 30 Fiese oder sowas Steht nirgends kein Rang Mh Mh Dann tanze ich so krass Dass der Zwischen Bärenhard und diesem anderen Vieh Vielleicht Fasziniert wird von mir Dadurch ein bisschen abgelenkt Fangen facken mit dem Mit nur Observer also wahrscheinlich alle die dich sehen oder hören können was du immer tust Sie möchte tanzen Das geht aber jetzt hier Oh Sag du Ich mache hier einen Hieropold Ah Okay So Dann steht er da vor mir und dann ficke ich ihn indem ich Nein Was mache ich Ich mache hier 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 Und ich sage er muss dann rollen Ich mache hier Ich mache hier Ich mache hier Ich mache hier Dann ist das Load 1, aber dann macht er noch einen Fortitude Safe. Warte, ich poste es. Welchen? Hier. Uff krass, 18 D6. Ach, 18, das kann ich gar nicht einkommen. Für einen Hero. Und dann kriegt er noch mal extra 72 Precise Damage nach den 70. Freitern 2, alles. Pipipopo. Da ist er, Beckmann, aus der Arena wieder. Das ist der Gradiator. Ich könnte noch Beck Steppen und eigentlich... Wann ist der dran? Dann steppe ich noch zurück. Du hast einen frechter als der Pipi. Und dann haut er wieder ab wie in der Arena damals. Ich hätte wirklich noch einen Lava stehen müssen oder so. Das wäre noch krasser. Warte, er ist fascinated. Prinzipiell... Du sagst, du kriegst beides. Den Safety C und den Precise... Precision Damage. Hast du dein Feed oder so? Weil sonst steht ja, you forego your Precise Strike Damage. Ja, nur der Precise Strike Damage. Warte, hat es denn nicht gerollt? Ich hab's ja ausgestellt. Deswegen siehst du auch keine 6 zu 6 bei meinem Damage rollen. Ich kann diesen Precise... So wie ich das verstehe. Wo ist er? Ich poste es. Ach so, das ist der Damage, den du gerollt hast von dem Versaden... Finish an, krieg ich rauf. Vor die Tüse. Wenn ich ein Finisher mache, krieg ich den Schaden rauf. Oder ich kann da jetzt, wie gesagt, davon sagen... Ich geb den Schaden nicht dazu und er muss rollen und dann... Ich hör's. Ja, ja. Nicht der Wichtler wieder. Das kann doch nicht sein. Bipipupo! Das ist schon mächtig bei der Precise. Stirb Wichtler. Ja, komm. Stirb Wichtler. Ja. Da hast du gegen den Wichtler. Jawohl, Mann. Jawohl, Mann. Zwei. Oh, der Knochenruch rette den Wichtler! Und Bernhard tritt auch noch ein. Geht nur auf die Animal Companions, nur. Das finde ich hier gut, ne? Ich glaube, wir sind ja auch da, eigentlich. Ist er dann tot, wenn er dann tot ist? Musst du dann einen neuen Wicht holen, oder? Ja. Das dauert dann 7 Tage. Achso, sein. Der ist ja noch dein. Wir glauben da, dass er überlebt. Bernhard. Oh, sorry. Bipipupo wagt es nicht. Aber der Wichtler ist eh ein Untoder. Genau. Das nur in den Korps. Der Bruder. Aber so will ich das dann machen. Okay. Spiele ich halt mit mir alleine. Ist auch okay. Bis. Also ich, äh, caster einen Feuerball. Aber das sind zwei Feuerballer. Die aus dem Himmel geflogen kommen. Aus weiter Ferne. Und zwar einmal... Dahin. Die Schlange, Mann. Die Schlange, Mann. Die Schlange, Mann. Die Schlange, Mann. Aber dich trifft auch, Junge, Mann. Okay. Warte. Ich muss das nochmal kurz bewegen. Der Neue, oh gut. Okay. Ich will den... Ich will den Bären nicht treffen. Ich will das so ein bisschen... Den Bären will er nicht treffen, aber die Blutwürsten will er treffen, Mann. Typisch. Ja. Das wird dir nicht gefallen. Aber der Bär ist doch drin. Ja. Ja, ich will das ja nun noch kurz... Wie mache ich das? Ich habe das verlernt. Links oben bei dem... Okay. Jetzt soll ich... Ja. Kannst du es wagen, mein Tier anzugreifen? Du bist kurz vor dem Tod. Das lässt du nicht tun. Bernhard zwingt Wes ganz langsam zu. Dann bist du nicht gleich tot. Einfach jedenfalls Wes töten, Mann. Dann kommen wir noch ein paar Tage wieder und dann nochmal. So richtig raus, Mom. Jetzt muss wer sein Widersterben. Das tut mir leid. Äh... Ja. Das... War's dann. Finde ich den Scheiß nicht. Ich glaube nämlich etwas zu haben, dass ich meine Implements einfach so tauschen kann. Als Free Action. Ähm... Wurscht. Ich mache das so. Ich tausche meine Spritze mit meiner Glocke aus. Wie du sie jetzt. Ähm... Diepe dann wieder meine... Hm... No. Intensify the Vulnability. Ich mache das dann einen... Wurscht. Ich mache das dann einen... Wurscht. Ja. 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 Achso. Äh... Nein. 44. Glaube ich. Kann man auch schon. Ist kein Cut. Ja. Okay. Dann normaler. Äh... Das, 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 das... Äh... Nächster. Zwei Waffen gibt es diesen Dublin Ring, der überträgt die Ruhen von einer Waffe in die andere. Dann haben beide die gleichen Ruhen. Wirklich. Ich muss sagen. Brostet 1000 Gold, maximal oder weniger. Das ist ja nix. Ist das nicht die Zweihandwaffe, die du da trägst? Wie soll das überhaupt gehen, dann? Da bist du leise. Das hat Schwert kann man ja auch in einer Hand halten. Ja, aber jetzt... Musst du so umstecken. Ah ja, stimmt. Ich hab die... Ich hab die Britz... Äh... Dings in... Nicht in der Hand. Ja, dann kann ich sie ja nicht machen, bitte. Ich muss nur noch ein Item für die Glocke suchen. Kann ich mit der auch ein bisschen hinhauen. Wie sieht die sich die ganze Zeit eine lustlose Einwirk-Companions auf an? Der Bär ist echt... Wie traurig der Bär aussieht, ey. Das ist immer so bei den... Petsmann von den Leuten. Die sind immer zu traurig, Mann. Steppt hier hin und... Kämpft gegen die riesige Ratte, Mann. Ist das zu mich verarschen? Ach komm, weil ich sicken bin. Wie kann er es wagen? Wie kann er es wagen? Wir haben einen Bären. Wir haben einen Bären. Er hat keine Spiegelbilder mehr, oder? Keine. Krass. Dann wird der normal getroffen. Welcher? Der rechte. Vom Bären. Vom Bernhard. Oh, nice. Dann gebe ich dem Bernhard eine Action und er schlägt auf den neben sich mit vollem Elan. Und er verfehlt. Dein Tier ist halt nicht mehr Upgraded. Das lohnt sich überhaupt nicht, dem überhaupt irgendwelche App-Actions zu geben. Guck mal, der hat bloß 24 auf Attack-Roll. Ich hab gedacht, der ist Upgraded. Ich muss mir das nochmal anschauen, was ich da genau machen muss. Wenn er die Upgradest, haben die bloß 33 oder so. Okay. Ja, dann schau ich es mir nochmal an. Zwei. 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 Oh, Achtung. Er kriegt sechs Schaden. Wo man daneben Sapper Maul stand, ja. Sehr wahr. Der lebt noch das. Mhm. Dann benutze ich eine Action, um ihn anzugreifen mit der riesigen Ratte. Und ich beiß ihn und verschlucke ihn direkt. Und genau das passiert. Und, act together, kann ich mein Tier bewegen. Also mein Eidolon. Dann habe ich noch zwei Actions. Mit meiner zweiten Action lage ich mit Zapper Maul drauf. Ey, sag mal. Wie kann es denn sein, dass ich diesem Tier immer eine 3... Summoner ist großartig, man. Ja, was hat denn das damit zu tun? Okay, eine Action habe ich noch. Was mache ich denn mit, wie sie das... Kann ich leider nicht mehr. Kann ich leider nicht mehr. Will ich noch nicht. Weißt du was, du machen wirst doch so. Ich schlag nochmal mit der Katze drauf, weil das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber mit den Flügeln... Das kann es doch niemandem erzählen. Ich wähle mit meinem Leuchtstäbchen, man. Und mache den legendären Fanclub Robin Hooded Hans. Links und rechts. Beide müssen... Was müssen sie? Nichts müssen sie... Sie failen, man. So einen krassen Reflex haben sie nicht. So ein kritischer Success oder ein normaler... 49 gegen Reflex DC. Reflex. Ist eh egal, was? Ist eh egal, was? So, stehe ich da. Noch zwei Actions. Egal. Dann werde ich ihn finishen. Und zwar wieder dasselbe wie vorhin. Und zwar Liefel. Und ich sage wieder, ich werde den Schaden dann wieder anders ausrollen. Ist immer ein Kripp. Immer. So, ich mache den Precise Strike wieder weg. Boom. Und jetzt sagen wir, in welchem Fall du zuerst machst. Den oberen? Für den Precise Damage? Oder den unteren? Den unteren? Den unteren. Oh wow. Ist ja nichts laut. Jetzt den oberen. Richtig ungefähr. Richtig. Du bekretest immer, ich schreife nie. Jawohl, Junge. Ja, weiß. Der bessere Spieler. Du bekommst jetzt nochmal 12. Die 6 Precision Damage. Und nochmal 43. Ist ja tot bei ihm. Nur schwer verletzt. So was. Und ich kann nochmal einmal wegsteppen. Was ich auch mache. Oh boah, Alter. Ich steppe da hoch. Das ist perfekt. Ich steppe da hin. Das heißt, ich habe sogar immer noch eine Action. Und dann consume ich Flash. Aber. Ich fresse die Leiche. Ich verlebe sie her. Aber. Aber. Ich habe ja. Mh. Mh. Latronen vor Flash. Was fress schon? Competitive Eater. Naja. Ich meine. Es ist incorporal. Also ich glaube nicht, dass du da groß was fressen kannst. Ach komm, Junge. Dann halt nicht, Junge. Dann nicht. Dann werde ich. Ectoplasma. Wecksteppen. Wo steppe ich hin? Ja gut. Dann. Dann tumble ich nochmal durch. Und durch. Ups. Ich war durch. Ja. So machen wir es noch einmal. So. Und nur den, der neben mir steht. Fass schon. Ich kriege nochmal ein paar Masch. Und das reicht mir. Der ist fest. Hier ist sehr fest. So fasziniert, dass er auf dich geht. Pipipopo. Was für den Jungs kann ich halt auch nicht tun. 28 damage. Okay. Pipipopo. So. Wieso machst du jetzt schon ein Freizeit weg zum Ende der Runde zurück? Ich übe da Hint bei 0 ist auch nicht richtig, weil ich plus 2 AC habe, sonst entscheide ich nicht, das heißt alles Mist. Weil ich gegen ihn seine Weakness exploite, habe ich den hier, dass ich plus 1 oder plus 2 bei Crit habe und jeder der um den herum steht kriegt das auch noch dann geshared. Was hast du gesagt, das zu erzeugen? Ich kaste einen Desintegrate vor dem Bruder Knochenruf, versuche ihn sein Leben auszulöschen und ich treffe. Und mit meiner letzten Action versuche ich das Sickened loszuwerden, da muss ich ein Fortitude save. Reicht das? Wahrscheinlich nicht. Wo kam das Sickened nochmal her? Der Spell. Diesen Cone. Zeitfang. Ado. Zwecklich, Junge. Ne, das war die 739. Gut, dann warst du was mit meinem Zug. Oh, der Knochenruf. Du siehst, wie der Gegner, der da stand, zu Staub zerfällt. Was denkt Böck noch in diesem Moment über Wes? Weiß es noch nicht. Aber er scheint mächtig zu sein. Naja, das ist völlig. Gut, dann gehe ich zu dem. Gefläute ihn. Wieder ein Success. Und greife ihn dann, äh, das Free Action. Können wir auch da ran. Schade. Uni. Uni attackiert. Uni. Ah, bevor ich das mache, ich habe vergessen. Ich muss ihn als mein neues Prey hunten. Dann passt das wieder. Und er kriegt 34 Schaden. Und mein Bär versucht es auch einmal. Und das war's. Bernhard. Neuziehung kriegt diesen Schaden. So war's das. Einmal Hand Prey, einmal angreifen. Einmal das Vieh. Ein Action. Eigentlich. Eintour. Wer magst du noch die Action machen? Jetzt habe ich eine Frage. So wie das Mikrofon klappt. Sorry. Ich habe mit dem Inners Gerät. Und was will ich machen? Du solltest noch eine Action haben, angeblich. Ach so, nein. Weil ich habe, ähm, mich. Hand das Aim verwendet. Und das kostet mich. Ich habe zwei Actions. Ah. Okay. Ja, dann fliege ich hin. Und attacke mit meinen Flurry of Blows. Und raisee mein Shield. Gut. Überwegen wir uns mal mit der Actions. Und dann beiß ich ihn wieder. Ja. Ja. Oppertuned Backstep kommt dazu. Und verfehlt. Schade. Und jetzt aber die Katze. Wenn sie jetzt nicht trifft. Dann, dann kann ich dir auch nicht mehr sagen, was da ist es endlich. Ja, weil es halt, ich habe mir gedacht, ich will jeden Damage-Typ drin haben. Und jetzt so leicht sein bei diesen Gegnern. Piepipupu. Na, der hat schon Panache, Mann. Was will man mehr? Ich greife mal ohne den Finisher an, Mann. Safety first. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Maler Damage. Das ist es, Mann. Dann noch einmal. Das habe ich gewusst, aber. Und jetzt kommt erst der Finisher-Junge. Und zwar so. Kriegst du aber noch. Geil. Die halbe, 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 halbe. Wie halbe, precise, halbe. Wie halbe, precise, halbe. Ich habe es. Ich kriegst noch den Schaden nicht. Präzise Damage für die Kalbe, oder? Ja, aber das verstehe ich nicht, dass sie es da nicht gleich machen. So, die Makromann. Wenn du eher aufdrücken kannst, dann sind es nur 8. Kriegt wahrscheinlich die Leaks man. Super precise Damage ist nicht hier. So, wen kann ich noch mitnehmen? Gebären. Ist echt so. Mist bei plus 1. Jawoll. Jawoll. Oh Bernhard. Der ist jetzt glaub ich tot. Oh. Ja. Den kann ich noch hören, keine Sorge. Nur bewusstlos. Oh, danke. Fuck you Bernhard. Feuerball. Feuerball. Ne, kein Feuerball. Wes, kannst du mit dein Feuer waschen? Ja man, dann geht's. Nein. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Wir wissen aber, er ist Urguts Geist in dir ist. Das ist so ein Wichtler, der getötet ist. Das wird nur ein Nachspieler. Das ist doch nicht zu sagen. Das muss wieder rechnen. Das fängt jetzt schon wieder an wie damals. Das fängt jetzt schon wieder an wie damals. Das fängt jetzt schon wieder an wie damals. Das integriert auf ihn. Das West wird einfach verdienen gehörst. Ich treffe nicht. Und Lucky. Okay. Dann gehört der kill den Bruder. Der Bruder kommt und schlägt ihn nieder. Und ich trampel direkt los. Ich trampel direkt. Ich trampel direkt. Also erst mal ein kleines Blütchen neben den Bären. Aufwäsch zu. Du musst Reflexsafe machen. Ein was? Wieso? Weil ich ein riesiges Tier bin und auf dich trampel. Warum denn? Ich hab sie getötet. Dann bekommst du den halben Schaden meines Beins. Ich hab nur viel Leben. Ich bin tot. Wieso machst du das? Wenn du so ein Tier verdichtet hast. Was soll das Wes? Spinnst du eigentlich? Bewusstlos kann ich nicht antworten. Da lebt der Bär. Ich weiß nicht, wurde er geheilt von? Ich mein, ist er... Moment Junge, ist er untot? Oh wow Leute, ihr seid ja echt stark. Der lebt wirklich. Der lebt. Manche von uns. Hallo? Du kannst doch nicht meinen Bären essen. Wieso? Ich hab Hunger. Das mit der Feuerwand war echt doof. Ich kann nicht attackieren dich. Wenn du das machst. Jetzt geht's direkt wieder rein. Leon hat auch besser geknabbert und allem was geht. Also ist er noch keine Leiche, aber vielleicht stirbt er ja gleich. Und dann werde ich reinstopfen. Oh mein Gott. Er stirbt nicht gleich. Ich heile ihn. Das werden wir sehen. Wir flicken wieder zusammen. Ich zwinke dir zu. Ich bin dir so dankbar, wenn du meinen Bären rettest. Ich zwinke dir zu. Bruder. Bruder. Bitte rette meinen Bären. Er ist doch so ein süßer. Wenn ihr wollt, kann ich den Bären... Den kann ich untot machen. Verpiss dich! Du kannst ihn heilen. Geh weg oder ich fresse dich. Aber ich finde, wir können ihn auch untot machen. Ich finde den Heusler gar nicht ganz so schlecht. Kann man meinen Bären untot machen? Er stirbt. Er verblutet. Perfekt. Sehr gut, Bruder. Ist er jetzt tot? Das wäre ein toller Skelettbär. Ja, Skelett. Ich will ihn zu einem Zombiebär machen, aber sein Bild will ich behalten. Das geht nicht. Entschuldigung, Bruder Knochenroh. Ja. Könnt ihr euch auch um Kalzium kümmern? Wo ist Kalzium? Mal das da drüben. Ist er jetzt tot oder nicht? Ich sehe nicht, wie verletzt er ist. Eigentlich ist er jetzt unconscious. Ich habe eine Blume neben ihm gepflanzt. Oh, ich glaube, Wes geht das auch nicht so gut. Ja, kommt alle um mich. Nehmt euch an der Hand. Ich will nur den Bären fressen. Ich will nur den Bären fressen. Toll mal Wes. Ich habe Ward Medic. Ich kann acht Leute auf einmal heilen. Das wäre wunderbar. Sagen wir, ich habe Wes hergetragen. Bis wir zusammen. Ich will diesen Bären fressen. Ähm. Guten Abend. Ihr seid nützlich. Hallo, hallo. Wieso habt ihr den Bären geheilt, Bruder? Ein guter Knochenmensch ist. Er wird auch nie zart werden. Schau doch sein Gesicht an. Am nächsten Mal werde ich davon aber ein bisschen anknabbern, sage ich dir. Ich habe das zuerst. Es ist meiner. Ich habe es zuerst gesagt. Stellt euch hinten an, Baron. Komm, Bernhard, wir gehen. Also ich habe gehört, Bären schmecken echt gut. Man muss die vorne noch ein bisschen platt hauen. Und Wes, wenn das nochmal passiert, werde ich euch persönlich vernichten. Habt ihr das an? Ich schaue dabei, habe ich ein Stück von dieser Uhr an. Wie bitte? Ihr habt mein Eigentum beschädigt, ihr habt mein Eigentum vernichtet. Dieses nutzlose... Ich werde das persönlich liebberichten. Es hat mehr getan als ihr, muss man auch dazu sagen. Ach ja? Ich habe die Falle entschärft und einen Gegner zu achten. Die Falle hat uns doch beschleunigt. Habt ihr das nicht gemerkt, wie schnell wir plötzlich waren? Nicht alle. Wenn ihr das noch einmal macht, Wes, dann werde ich euch persönlich vernichten. Merkt euch das. Habt ihr das verstanden? Eine kleine Scheiße. Eine Ratte fliegt direkt vor deinem Kopf. Habt ihr das verstanden, Wes? Ich versuche ihn einzuschüchtern. Achso Leute, das ist ja schön und gut, aber wenn ihr hier in den Schatten kriegen wollt, den könntet ihr jetzt hier losmachen. Ich starre die Radran und versuche es dir einzuschüchtern. Sorry. Ich hatte kurz einen Leck. Ich versuche ein Stück runter zu hauen oder wie auch immer. Wobei, der ist aber sehr gruselig. Vielleicht gehe ich da auch ein paar Schritte zurück. Kann ich das G persönlich sagen? Kann ich das Device anschauen, ob ich da irgendwie leicht was runterbrechen kann? Also jetzt, wo ihr die Viecher da vernichtet habt und die Falle auch entschärft wurde. Könnte man mit so ein bisschen Thievery könnte man da eventuell so ein Stück von diesem Schatten raus hantieren. Und das reicht auch vollkommen. Ein Stück des 9 Uhr Schattens. Wie machen wir das mit Questgegenständen? Dürfen wir das in die Ding packen, in die Stash? Oder ist das dann wieder Metagaming-Kacki? Ich habe einen Beutel, in den passt mehr als genug rein. Ich meine, die wiegen eh nichts, oder? Wer verstopfen wollt. Nehmt es. Oder es nimmt der Baron. Es. Gute Arbeit, Serra. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Danke, im Laufe meiner langen Jahre. Und ihr? Größtenteils im Krieg gegen Nex natürlich. Dort habe ich auch meine Armee hier erschafft. Seid ihr so mächtig wie Kacka-Pipu oder so? Pipipupu. 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 Das nutze ich natürlich, weil er ist ja bekannt. Nun, ich habe meine andere Qualitäten. Die sind nicht in der Arena gewesen. Auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung, Leute. Hat Spaß gemacht. Die sind nicht in dem Feuergefängnis entkommen. Du hast dann aufgehört zu brennen, als die Person hier umgefallen ist. Glaub ich gar nichts, oder? Eigentlich. Wie lange hält das? Deine Wall of Fire? Weil diese Spells von dem Caster, die alle Harme übernommen haben, diese Command Chars, ist ja auch weitergegangen, nachdem es wie ich tot war. Das Spell geht an sich auch nach dem Tod des Casters weiter. Eine Minute. Ist halt ausgegangen. Eine Minute so. Ja, das ist ja eh schon lange rum. Ich habe euch im Auge wäss. Vielleicht hatte Woody ja doch recht, nachdem ich das eben gesehen habe. Aber was hat das denn gesagt mit dieser Feuerwand? Ich verstehe dich ganz. Sie sollte euch beschützen. Was? Entschuldigung, euer Dialekt ist etwas schwer zu verstehen. Sie sollte euch vor den Feinden schützen. Ach so. Danke. Baron, fertig. Na ja. Sie fehlt noch. Wir müssen sie noch zum Großkönig bringen. Ja, stimmt. Hast du gehört? Du kommst jetzt mit zu Gabe. Aber ich muss doch auch noch die verschwundenen Leute finden. Das kannst du danach machen. Hm. Na gut. Du wirst gar nichts zu mailen. Ich bin sauer. Ich bin auch eine Blutfürstin. Vor dir stehen sechs Blutfürstin. Sag mal, ihr kennt nicht zufällig einen Blutfürsten namens Leon? Wisst ihr, was mit dem ist? Noch nie gehört. Warte, das stand doch im Bericht, den man uns gegeben hat. Ist er nicht mit Gorbinoe zusammen verstorben? Das war dieser kleine hässliche. Nein. Ich mein Leon. Bestätige ihn. Der Bericht stimmt glaube ich auch, dass Leon keine Mutter hatte. Das stimmt. Also nicht mehr. Die tanzt jetzt ihr unendliches Leben als Zombie am Grab von Gubinoe. Genauso wie die anderen Zombies von ihr. Es war ihr Schicksal. Das auch nur für 100 Gold. Krass eigentlich, ne? Na gut dann. Die war nix wert. Wo ist sie so hübsch waren? Gehen wir das hier gemeinsam zum Geben oder wie? Auf. Auf geht's. Oh gut, das ist okay. Gute Arbeit Bruder Knochenroh. Ihr habt Calcium wieder hergestellt. Ihr seid ein fähiger Heiler. Ja, ja. Ich kann sogar noch besser heilen. Aber was ist das für ein Kelch, den ihr vorhin aus der Tasche gezaubert habt? Das ist kein Kelch. Das ist meine Spritze. Wollte mal nuckeln. Zeig mal. Du siehst eine bisschen größere Spritze, in der dunkelgrüne Flüssigkeit schwimmt. Du hast das Gefühl, dass sich daraus etwas ansieht. Aber vielleicht isst du dich auch einfach. Und ihr, Herr Baron, scheint ein Meister der Kreaturenkunde zu sein. Wieso habt ihr denn so viele? Oh ja, äh. Uiuiui. Können Sie selbst? Ja, natürlich habe ich noch mehr. Was machen wir jetzt hier? Schweigt, Berline. Mit. Kommt einfach mit. Oh Großkönig Gabe. Wir sind wieder hier. Das kann ich sehen. Und wart ihr auch erfolgreich. Oh, großer König Gabe. Natürlich fliege ich wieder direkt vor sein Gesicht. Abstand, Baron. Zuerst einmal möchte ich Baron Adorian den Blutfürsten Wes anklagen. Er hat mein Eigentum, meinen Diener, den Wichtler vernichtet. War euer Wichtler ein Blutfürst? Nein, aber er war mein Eigentum. Okay. Weiter im Text. Das werde ich mir merken, Wes. Wir haben Berline zu euch gebracht. Warum das denn? Ihr wolltet doch den letzten Atem, oder nicht? Richtig. Richtig. Aber nicht Berline. Ja, dann können wir sie jetzt gleich umbringen. Und dann ist der Atem ja hier. Was ist der letzte Atem? Ist das die beste Lösung, die euch anfällt? Momentan ja. Ach, ach, ach. Das ist traurig. Ich dachte, ihr werdet ein weiser Mann. Das haben viele geglaubt wahrscheinlich. Hat noch nie gestimmt. Schwer enttäuscht. Aber hier steht doch... Wie jetzt? Wie mein letzter Atem... Hä? Was heißt das? Großer Königmann? Ich verstehe, glaube ich, was ihr von uns wollt, Baron. Äh, König. Ach ja? Ihr habt das Wort Baron. Es ist an der Zeit, Berline, dass ihr eure... ...lebende Hülle hinter euch lasst. Na, also, das gefällt mir doch schon besser. Es wird endlich Zeit, dass ihr euch entscheidet, ein Gut wie ich zu werden. Also lasst mich einfach euch beißen. Gut. Lasst mich euch beißen. Also, äh... Ich mein... Also, wenn das der Wunsch von allen hier und vor allem von... ...also... ...von Geb und, äh... Ui, das ist... Lass mich mal kurz hier... Uff... Grappel sie mal. Krass. Mit sie nicht davon kommt. Aua, ey! Junge, ihr müsst das freiwillig machen. Was soll das denn? Was soll das denn? Ist doch alles in Ordnung. Auf die Knie. Ich mein... Ich mein... Ich hab sowieso schon lange drüber nachgedacht, aber... Ach, was soll's. Ich mein, ich... Sonst komm ich ja eh nicht mehr lebend raus. Aber... Also, wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... ...mich entscheiden könnte... Könnte ich vielleicht ein Vampir werden? Gut. Nun... Mehr ist das... Ja, einige Vampire... Ja... Also, mehr ist das relativ... Naja... Wenn ihr dann Ruhe gebt, von mir aus, Vampir... Ach... Hat jemand was dagegen? Ich... Ich hab Hunger. Niemand? Okay, sehr gut. Dann schaff mir irgendein Vampir her. Verdammt. Tja... Gruß hat irgend so den erstbesten Vampir, den sie finden können herbei. Lassen... Berlin... Berlin lässt sich dann auch freiwillig beißen. Tut sie übrigens nur, weil ihr... mindestens geliked seid bei den Reanimatoren. Und... Ähm... Ja... Einiger Zeit... Rauft sie ihren letzten Lebensatem aus, Mann. Und er wird direkt eingefangen. Und da ist er. Der letzte Atem von Berline Haldoli. Okay. Damit haben wir nun schon dieses hier. Und auch dies hier. Mein König. Und das innerhalb von nur wenigen Stunden. Beeindruckend. Ihr... Ja... Macht, was man euch sagt. Das... sieht man heutzutage nicht mehr allzu oft. Ich weiß. Einige von uns... Oder einige andere Blutfürsten versagen es öfteren, nicht wahr? Um euch mal wieder ins Wort zu fallen. Das war jetzt... Erste von fünf Sachen, richtig? Natürlich. Also... Natürlich. Die zweite von den fünfen kommt als nächstes. Sehr schön. Na dann. Ich hoffe auf weitere gute Neuigkeiten. Ich steige wieder meinen Korke hin. Wir reiten davon. Ak, ak, ak. Es ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Ich rolle davon. Ihr seid... alle starke Krieger. Hab ich das Gefühl. Es wird mir eine Freude sein, euch wieder zusammen zu flicken. Raus aus meinem Thronsaal. Ak, ak. Wernert ist dein größter Fan. Bruder, könnt ihr mich auch noch ein bisschen zusammenflicken? Natürlich, Bruder. Komm her. Mess, ich hoffe, das ist dir eine Lehre und du hast den mahnenden Blick des Königs gesehen. Sieht aus wie eine Schwester. Kam mir vor, als wäre es gäbe egal gewesen. Nein, nein, das erkenne ich. Ich bin schon lange an seiner Seite. Ich war es auch, der bereits vor tausenden von dir angesagt hat, dass man Chemnemi nicht vertrauen kann. Kann sich eigentlich auch wieder jeder geben, der in der Nähe ist, weil... Ach, Leute. Aber ich heil euch dann eh sowieso voll. Ich kenne... Ich kenne... Ich kenne... Geh bevor ihr... Ihr könnt jetzt eh chillen, wieder voll heilen, alle Spels refreshen und so. Ach so? Na ja, wir chillen immer so ein bisschen nach jeder, dieser kleinen Mission. Ja, sehr gut. Denn ich habe gehört, bald ist das Begräbnis von Gopinoe. Und natürlich wird das Begräbnis von niemand Geringerem als Ihrem Number One Fan organisiert, richtig? Habe ich wirklich die Ehre aus. Unglaublich. Ich meine, du warst Vorsitzender ihres Fanclubs. Das ist ein Rave. Mit ein riesiges Spektakel. Gehen zur Kruft. Wer könnte besser geeignet sein? Ein riesiges Grab wurde schon gebaut, man. Gleichzeitig an der Bühne. Ihre Zombie-Dealerinnen tanzen jetzt schon alle nackt. Neben dem Grab. Das ist ja auch auf ewig nach Tugeln. Dort wird das Begräbnis stattfinden, heute Abend. Es ist einfach nur episch. Der ganze Squad. Zehntausende des Fanclubs. Alle tanzen rhythmisch. Können wir uns das auch ansehen? Eintritt müsst ihr zahlen. Nein. Nein, natürlich gratis. Jeder darf hin. Was ist eigentlich mit diesem Orchesterfluch, den Theodor bekommen hat? Wie ist Theodor? Ist der weg? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht nicht. Der tanzt auch mit, oder? Bis er stirbt. Ist halt so. Das war ein episches Begräbnis. Und ihr habt es gesehen. Der Fanclub, Mann. Ist einfach legendär. Diese Moves. Die hat kein anderer Fanclub. Nie hat jemand einen besseren Tanz gesehen. Die Leuchtstäbchen glühen, waren rhythmisch. Gleichzeitig. Alles. Alle gleich. Unglaublich. Spult Aufnahmen ab. Es gibt genug Aufnahmen. Perfekt. Und dann gehen wir alle schlafen. den Rest von der Nacht. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Geil war's. Geiler Charakter. Ich fand's auch sehr lustig. Ich mag auch die Introduction. Gut, dass ihr da alles mitgemacht habt bei dem doch recht, ja, krassen Zwischenfall. Ja, war aber eine gute Idee. Aber ja, lustige Truppe auf jeden Fall. Also, sehr kreative Figuren wieder. Ich hab da wieder so viele Hinses. Wie gesagt, muss man sich ein bisschen durchprobieren. Also immer wieder faszinierend, worauf der Wesley immer kommt, muss man euch sagen. Mit den ganzen Figuren. Ja schau, der. Deine Eigenheit. Wieso, ich weiß. Ein Affe, der in Ghoul ist man. Ein Affe, der in Ghoul ist man. Wobei diese ganzen untoten Dinge halt nochmal so ein bisschen extra Möglichkeiten öffnen natürlich. Weil du lebst ja auch. Kann man dich auch bald fressen, Mann. Niemals. Wenn ich sterbe, dann sind wir alle tot. Das ist der Survivalist hoch 10. Das redet er schon wieder. Ja, denn ihr lieben Leute im Chat. Und vielleicht im VOD auf YouTube. Ich mach mal hier Schluss für heute. Das beendet unsere Episode... Wo sind wir denn eigentlich? 48? Ich glaube 48. Ich glaube 48. Vielen Dank fürs zu gucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.